Herzlich Willkommen zum Tech Talk 37. Heute mit dabei Georg Hirmer, Tobias Ponzel und der Steffen Kolb natürlich. Ja, wir sind wieder zusammen hier vereint in einer Podcast Session und Mensch, wenn ihr die Pre-Show jetzt schon gehört hättet, es wäre auf jeden Fall lustig gewesen. Wir überlegen, ob wir das vielleicht mal so noch als extra Content irgendwie mit rausholen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das vielleicht interessant wäre oder über, wir haben auch eine E-Mail-Adresse, techtalk-at-kurs-ofu.com oder eben halt auch über unsere Umfrage der Woche, wo wir schon beim Thema sind. Die wird jetzt nochmal verlängert, weil es haben noch nicht so viele Leute teilgenommen und ich glaube, das ist ein bisschen untergegangen, weil das war ja von einer Special-Folge, da ging es um das Thema WhatsApp und was da jetzt mit dem Datenschutz passiert und so weiter. Das war die Folge 35, kann ich nur empfehlen. Wer sich dafür interessiert, kann da gerne mal reinhören. Also da geht es um das Thema, was WhatsApp jetzt plant mit der ganzen Datensammelwut von Facebook und so weiter. Ja und wir haben euch gefragt, welche Messenger ihr eigentlich benutzt. Könnt ihr abstimmen, umfragederwoche.kursofu.com da kommt ihr dann auf diese Umfrage und da könnt ihr abstimmen, was für Messenger ihr im Einsatz habt und ob ihr vielleicht wechseln wollt oder nicht. Und ihr könnt uns natürlich auch noch Sonstiges mitteilen, was ihr immer schon mal uns an den Kopf werfen wollt, könnt ihr da noch mit reinkommentieren. Jo, soweit der organisatorische Teil. Wir haben jetzt auch ein paar Themen dabei, das muss ich gleich sagen zu Beginn. Die sind ein bisschen älter, aber die wollten wir einfach mal mit reinnehmen, weil die sind nicht ganz uninteressant. Und wir hatten jetzt, das ist glaube ich jetzt die erste richtige Tech-Talk-Folge im neuen Jahr. Und da habe ich gedacht, okay, da müssen wir so ein paar Sachen noch aufräumen. Und eine Sache, da bin ich ja froh, dass ich die aufgeräumt habe. Das war das Thema Flash-Player, Adobe Flash. Tobi, gell, das ist jetzt mittlerweile Geschichte. Ja, auch so ein bisschen Gott sei Dank, beziehungsweise vielleicht für manche Leute auch ein bisschen traurig. Ja, der Flash-Player wurde, glaube ich, Anfang des Jahres, beziehungsweise Ende letzten Jahres oder auch schon im letzten Jahr abgeschalten, also komplett abgeschalten. Er wurde aus dem Browser-Code beziehungsweise aus der Browser-Unterstützung allgemein entfernt. Und man kann vor allem jetzt auch nichts mehr ausführen. Das ist halt jetzt das Krasse, in Anführungsstrichen, dass seit dem 12. Januar Adobe praktisch die Ausführung von Flash deaktiviert. Was natürlich auch gut ist im Hinblick auf Malware und so weiter. Und es gab allerdings halt auch Firmen, siehe zum Beispiel Extreme Networks, die haben das komplett verpennt. Und Extreme Networks, das ist so im Enterprise-Networking-Bereich ist es halt eine Firma, die kenne ich zufälligerweise auch, weil ich mit den WLAN-Controllern von denen schon mal zu tun hatte und mit deren Switchen. Und die haben halt irgendwie noch so eine Verwaltungsoberfläche vom Extreme Management Center. Ja, und da war halt noch Flash implementiert. Und da mussten die Leute sich dann im Forum weiterhelfen. Wie kriegt man denn jetzt auf diesen alten Dingen überhaupt noch Flash zum Laufen und so weiter. Also es ist schon ein bisschen holterdiepolder gegangen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es immer noch einige Anwendungen gibt, die Flash verwenden. Was sind, habt ihr noch irgendwas, wo Flash bei euch läuft? Also maximal, wenn man mal irgendwie, keine Ahnung, so ein uraltes Browser-Game oder so mal irgendwie wieder aufleben lassen möchte, so ein bisschen nostalgiemäßig. Aber da gibt es ja auch... Farmer, Rama, so ein Zeug. Ja, ja, so ein Zeug. Aber da gibt es ja, glaube ich, mittlerweile auch ganz gute Emulatoren und so Zeug, die das dann halt lokal ausführbar machen. Ja, jetzt groß nachtrauern durch der ganzen Sache. Nicht, wenn man halt mal irgendwie so ein Russen-Flash-Game so auf die Art mal wieder spielen will oder so, dann kann man das, denke ich, auch sich irgendwie lokal ziehen. Ich habe jetzt hier noch einen Beitrag gemacht, dass in China da wohl ein paar Züge mit betrieben wurden, ob das jetzt dann auch irgendeine Oberfläche oder irgendwas war. Ja, ich weiß jetzt nicht, wer auf die Idee kam, dass das so eine gute Idee ist, beziehungsweise es war ja auch abzusehen, dass man das vielleicht mal irgendwann hätte rauspatchen sollen. Ja, gut, da würde ich einfach mal sagen, persönliches Pech, ne? Ja. Ja, also ich meine, an dem Beispiel von Xtreme sieht man ja, dass es selbst so riesige Firmen scheinbar nicht hinbekommen. Also ich möchte nicht wissen, was bei denen intern los war. Also da war es sicherlich, da hat, da ging es rund auf jeden Fall. Also ich glaube mal nicht, dass das so angenehm war. Vor allem, wenn dann die ganzen Kunden sich melden und sagen, hey, was ist denn los mit eurer Software? Die geht jetzt nicht mehr auf, ich kann da nichts mehr machen. Also maximal scheiße, sagen wir es mal so, wie es ist. Was mir da gerade noch einfällt, doch eine Anwendung habe ich sogar noch, die glaube ich auf Flash basiert. Aber ich weiß nicht, ob die es mittlerweile umgestellt haben. Das ist so ein bisschen mein absoluter Freundesfall, und zwar Cisco. Also hauptsächlich berufsschulmäßig. Gott sei Dank ist das auch bald rum. Ja, ich glaube, diese ganzen Cisco, NetAcademy-Sachen und so weiter, ist alles noch Flash-mäßig. Aber Leute, also dem Zeug traue ich echt nicht mehr nach. Ja. Der Packet Tracer, der ist ja zum Glück auf Java. Jetzt kriege ich wieder Flashbacks. Also falls irgendwann jemand mal auf heftige anwendungstechnische Schmerzen steht, der soll bitte mal versuchen, den Packet Tracer auf Linux zu installieren. Das ist ein Spaß für die ganze Familie, und du wirst danach Cisco wesentlich mehr mögen. Ach Gott. Eigentlich wäre das doch mal was für einen Twitch-Livestream oder so. Tobi installiert den Cisco Packet Tracer. Da weichere ich mich vehement, da reiche ich meine Kündigung ein, Stefan. Wenn ich das machen muss, bin ich weg. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja gut, also an sich ja ein nutzliches Tool, aber ich wusste gar nicht, dass das so schwer ist. Dann ist der doch nicht auf Java, dann ist das doch irgendwas anderes. Ich weiß nicht, wie genau das ist. Ich erzähle jetzt trotzdem mal ein bisschen aus dem Nähkästen, wir haben ja unsere Zeit. Wir haben Zeit, also ich bin hier gut versorgt. Also die neueste Version geht auf Arch, beziehungsweise Manjaro, was ich erfahre, momentan ganz gut. Es ist aber auch wieder eher so eine, also ich weiß nicht, was da Cisco gebaut hat. Du brauchst ein... Das wissen viele oft nicht. Du brauchst ein Git-Repository von einem externen, also von einem Drittanbieter, das auch öffentlich maintained ist, also das ist nicht von Cisco direkt, soweit ich das weiß. Das allerdings irgendwelche Kompatibilitätssachen zu Cisco herstellt, also zumindest für die ARC-Umgebung. Für Debian selber gibt es ein Paket, aber das muss wohl von einem Berufsschulkollegen, der das auf Debian hat, versucht zu installieren, wohl zumindest einige Versionen davor auch eine ziemliche Odyssee gewesen sein. Und das war auch die Version, mit der ich so Probleme hatte davor. Die jetzige geht relativ gut, wenn man sich ein bisschen mit auskennt. Also mit Pac-Man und so weiter oder Tarmac, wie es Majau installiert hat, geht das eigentlich dann schon ganz komfortabel. Aber das davor, Junge, das... Ja, warum einfach, ne? Das ist bei Cisco oft so. Da hat man echt so das Gefühl gehabt, lange ich jetzt lieber in einem Bandschleifer als das zu machen. Oder vielleicht übertreibe ich da auch nur ein bisschen und projiziere meine Abneigung gegenüber Cisco auf alle Produkte und Dinge, die sie so anbieten. Aber ich bin eh jemand, der bei solchen elektronischen Sachen ganz gern mal Stellung bezieht. Der sagt, ich mag Dinge nicht und die mag ich dann auch wirklich nicht. Ja, dafür... Das ist doch das, was unsere Zuhörer hören wollen. Und ich nehme jetzt Cisco in Schutz und ich sage, Cisco macht ganz gute Switche auch und gut Firewall und... Also ich und Cisco Firewall ist jetzt nicht so ganz kompatibel, aber die soll wohl okay sein. Und es gibt auch Firmen, die schwören da drauf. Die, diese... Ach, wie heißt die nochmal? Heißt die Ironport? Ich glaube schon. Ironport. Die hat schon öfters mal richtig groß klaffende Lücken gehabt und so weiter. Aber gut, ich sage mal so, welcher Hersteller hat nicht schon mal richtig Fettscheiß gebaut? Entschuldigung, aber das muss jetzt so sein. Allein wenn ich an Fortinet denke, was die da schon getrieben haben oder auch an Checkpoint und so, also da ist... Oder auch die ganzen AV-Hersteller, also jetzt gerade die US-Amerikanischen, da sind schon oftmals ganz schöne Dinge aufgefallen, wo man sich denkt, huiuiui, also... Naja, aber das kommt halt davon, wenn man teilweise, jetzt nicht auf Cisco bezogen, nicht, dass sich jetzt schon die Cisco-Anwälte hier die Finger reiben, aber es kommt halt davon, wenn man hier billig irgendwelche Entwickler einkauft und dann möglichst billig irgendwo in Indien eine Software zusammenstecken lässt oder beziehungsweise programmieren lässt und zusammengesteckt wird sie dann in den Staaten und keiner, die indischen Entwickler, die kommunizieren nicht richtig mit den amerikanischen und umgekehrt. Schwierig. Aber gut, das ist halt... Ist halt so, ne? Es gibt so viele Unternehmen, die das halt so machen mittlerweile. Ja, ist halt leider so. Okay, ja, Flash ist tot. Ihr könnt ja mal kommentieren, ob ihr noch irgendwo eine Oberfläche habt. Das vCenter ist mir gerade noch eingefallen, aber das hat sich erledigt. VMware hat den Flash mittlerweile rausgepatcht oder ich glaube, dass da noch Legacy-mäßig geht da noch was. Also wer... Es gibt ja Leute, die mögen das Flash-Portral. Also ich habe eigentlich... Also ich muss persönlich sagen, auch wenn mich dafür Leute wahrscheinlich jetzt hassen werden, aber ich fand bei VMware den C-Sharp-Client immer noch am besten. Also zur Erklärung, VMware-Virtualisierung, um jetzt mal die Leute abzuholen. Und da gibt es für den Hypervisor VMware ESXi, ESX, gibt es... Oder gab es früher mal so ein Client-Tool? Ich glaube, das hieß sogar C-Sharp-Client. Zumindest hat das mal irgendein VMware-Mensch zu mir gesagt. Das ist der C-Sharp-Client, der VI-Client. Und den hat man sich installiert und dann konnte man sich auf den Hypervisor verbinden. Das ist ein bisschen wie bei Hyper-V, dieser Hyper-V-Manager, nur dass das halt von VMware ist und du musst es halt runterladen und so. Und der wurde irgendwann eingestellt. Und ich fand das so traurig, weil für dieses vCenter... Und vCenter ist jetzt sehr VMware-lastig, ich weiß, aber vCenter ist praktisch eine Appliance, eine Umgebung, die deine ganzen Hypervisor managt, in einer Oberfläche, die ihr anzeigt und so weiter. Und da gab es dann irgendwann nur noch dieses widerliche Flash-Portal. Und das war dann immer so für uns, ja, mit welchem Browser öffnest du den Dreck? Am Anfang irgendwie dann mit Firefox. Dann ist der Firefox, wenn du da noch andere Sachen gemacht hast und hast das vCenter einen halben Tag offen gehabt, was natürlich ein normaler Admin einfach hat, weil es ist halt, das brauchst du halt oft. Dann hast du das Ding offen und irgendwann kackt dir das ganze Zeug ab. Dann hast du es im Edge aufgemacht, im alten Edge noch. Da war ja noch Flash-Embedded irgendwie drin. Dann hast du irgendwann den Chrome installiert. Dann ist das Ding, da ist die Arbeitsspeicher mäßig, deine Kiste dir um die Ohren geflogen. Dann hast du den Opera installiert, dann den Vivaldi-Browser. Also, was ich da alles gemacht habe und irgendwann kam dann der Moment, wo Vmberg sagte, hey Leute, wir haben ein HTML5-Portal. Dann machst du das Ding auf, dann fehlt da die Hälfte. Die Hälfte geht einfach nicht. Ja, dann musst du noch mal ins andere Portal. Dann hast du halt immer geguckt, wie weit du kommst mit dem HTML5-Portal und irgendwann bist du wieder zurückgegangen dann auf das Flash-Ding. Also, es war völliger Irrsinn. Und ja, also das war so ein Ding, da habe ich mich wirklich sehr nachhaltig, sehr drüber geärgert. Ich meine, noch schlimmer wäre es gewesen, wenn sie dann mit irgendein Java-Applet oder so angefangen hätten. Da kriege ich die Krise. Ich habe hier noch so einen alten Switch in meinem Homelab von HP. Und HP hat auch bei den Switchen, wenn du die Web-Oberfläche, oh, jetzt werde ich sehr viele Leute triggern, Switch und Web-Oberfläche, wenn du die öffnest, dann geht erst mal so ein Java-Applet auf. Und ich kriege das Ding halt nicht mehr in Betrieb. Natürlich gehe ich jetzt einfach über SSH auf das Ding, klar, aber manchmal ist es halt auch ganz nett, wenn man mal schnell was nachgucken möchte, dass man da einfach mal über Web drauf geht. Aber ja, wie gesagt, der Profi, der geht eh über SSH drauf. Das wird sich auch HP denken, der Profi und derjenige, der sich das Ding irgendwie bei Ebay schießt und dann da drauf geht, ja, Pech gehabt. Oder er weiß, was er macht. Oder er weiß, was er macht. Ja, so schwer ist die Sprache ja auch nicht bei HP. Also man gewöhnt sich schnell dran. Also finde ich jetzt persönlich, aber vielleicht lag es auch da dran, dass ich damals jemand hatte, der mir das ganz gut erklärt hat und dann habe ich das irgendwann gecheckt. Also ich habe schon Switche gesehen, da langst du wirklich an die Platte. Also es gibt einen Hersteller, wie heißt der? Iliad Telleson, sagt er euch was? Nee, aber ich bin ja auch EER-Entwickler. Also von daher, Netzwerk ist ganz, ganz schwarze Magie. Gibt es den eigentlich noch? Iliad Telleson. Doch, das gibt internationale Anbieter von sicheren IP-Ethernet-Zugangslösungen. Na gut, auf jeden Fall habe ich da mal die CLI von innen gesehen und sehr schwierig. Nee, den gibt es gar nicht mehr. Der wurde 2004 eingestellt. Jetzt sieht man erst mal, wie alt der Switch eigentlich war. Auf jeden Fall hatten 3000 Mitarbeiter und Iliad Telleson war scheinbar so ein ganz günstiger Anbieter und das Ding war ja wirklich crazy, das Ding. Also das war einfach verrückt, weil teilweise, das war nicht logisch, was da passiert ist. Das war einfach irgendwie raten und dann mal gucken, was passiert. Aber gut, anyway. So, jetzt sind wir soweit von dem Thema abgeschweift. Jetzt versuche ich gerade mal die Themen bitte einzufangen. Ach ja, wo wir uns ja auch mal drüber geärgert haben, das war ja in einer der letzten Folgen das Thema Schufa und da ging es ja darum, dass die Schufa in die Bankkonten reingucken wollte und soweit ich weiß, ist das ja jetzt irgendwie gekippt worden. Oder, Tobi? Ja, genau. Also das ist auf Anfrage hin auch bestätigt worden, dass das eben gekippt wurde. Auch einfach aus Gründen Datenschutzbedenken und so weiter. Wen wundert's? Ja, ich wollte gerade sagen, wen wundert's? Also sowas ist, das sind Dinge, da kann ich nachts jetzt schlafen, da kriege ich Albträume von, wenn ich sowas lese. Ja, und also angeblich laut dem, der Aussage der Schufa ist das Ganze auch schon im Dezember letzten Jahres wohl intern schon gekippt worden oder beziehungsweise intern schon aufgegeben worden. Also man hat wahrscheinlich dann gesagt, okay, wir machen den Tests noch bis Ende des Jahres fertig, aber groß weiterführen oder so. Das Geld kriegen wir ja so oder so, da können wir noch ein bisschen Geld rausblasen. Ja, das Geld rausblasen. Die Frage ist halt dann auch wieder so auf die Art, okay, ist der Test jetzt so lang angelegt, und dann hören wir eh auf beziehungsweise oder stehen uns die Anwälte schon so im Nacken, dass wir jetzt die Server anzünden müssen. Ja, du sagtest mit Server anzünden nicht so laut. Ich erinnere nur mal an OVH. Also das ist ein schwieriges Thema aktuell. Beziehungsweise, dass wir jetzt sofort einen ins Rechenzentrum schicken müssen und den Stecker ziehen, so auf die Art. Sonst rennt uns hier gleich das BKA und eine Horde Anwälte die Bude ein. Ja, Schufa ist auch so ein ganz schwieriges Unternehmen. Ja, es ist eher so ein ganz schwieriges Thema. Also Daseinsberechtigung, denke ich, man hat es, aber manchmal fragt man sich dann, wie, also ob das alles überhaupt so notwendig ist, wie es ist. Ja, es ist halt auch teilweise nicht transparent. Also gerade was dieser Score angeht, dieser Schufa-Score, da werden ja Sachen mit einbezogen. Einbezogen, also zum Beispiel, in welcher Gegend wohnst du? Und das kann halt teilweise ziemlich skurrile Sachen hervorbringen, dass Leute sich wundern, warum sie keinen Handyvertrag bekommen und dann kommt raus, ja, die wohnen einfach im falschen Haus. Oder keine Ahnung, das sind Zufälle oder auch namenstechnisch gab es ja da schon öfters mal Probleme. Medial natürlich oftmals auch gern gezeigt, dass halt dann Leute den gleichen Namen hatten. Und dann der eine hat halt bestellt und nicht bezahlt und der andere wurde dafür bei der Schufa abgestraft. Also schwierig. Ja, da gibt es auch noch eine Sache, die hat mir immer jemand erzählt, das ist dann, ich glaube, es ging um eine Waschmaschine, die wollten sich eine Waschmaschine kaufen und dann haben wir gesagt, ja, also bezahlen wir gleich, komplett. Und dann hat der Typ vom Elektrofachhandel oder was, das war gemeint, ja, nehmen Sie sie doch auf Raten. Nee, und jetzt kommt's, das ist für die Schufa besser, weil die dann sehen, dass sie die Raten zurückzahlen können. Es ist die, anscheinend, anscheinend ist die Schufa oder zumindest war die Schufa da zu der Zeit wohl so auf die Art, ja, wenn ich es gleich komplett bezahle, dass ich wohl irgendwie Geld angespart habe und es dann irgendwie nicht mehr zurückzahlen möchte oder kann oder was auch immer. Ja, also, was da im Hintergrund abgeht oder was da jetzt falsche Emotionen eben von dem Typen war oder nicht oder... Keine Haftung. Kein Schufa-Mitarbeiter. Keine Haftung. Kein Anwalt. Kein Finanzberater. Kein Anwalt. Keine Anlagenberatung. Reines Hörensagen, was ich da so mitgekriegt habe, aber das ist halt das Einzige, was ich jetzt da noch so ein bisschen mit einwerfen kann. Ja, interessant. Ja, aber da muss ich sagen, da kenne ich genau das Gegenteil. Also, es ging auch um eine Waschmaschine, lustigerweise. Und da wurde genau das Gegenteil gesagt, also, oder besser gesagt, der hat es sich halt mal auf Raten dann gekauft, weil ich dachte, ja, wieso nicht? Und dafür wurde dann abgestraft bei der Schufa. Also Leute, falls einer, ein Mitarbeiter, der Waschmaschinen verkauft, hier gerade zuhört, sagt uns, oder bei der Schufa arbeitet, oder Anwalt bei der Schufa ist, schreibt bitte mal in die Kommentare, was, was ist denn jetzt richtig? Soll ich denn zukünftig meine Waschmaschine, meinen Kühlschrank oder wie auch immer, als Ratenzahlung bezahlen? Ich meine, also rein logisch betrachtet, würde natürlich Sinn machen, wenn du es gleich bezahlst, weil das zeigt ja eigentlich, dass du wirtschaftlich gehandelt hast und selbst für solche Notfälle, dass mal der Kühlschrank oder die Waschmaschine kaputt ist, hast du immer noch genügend Geld auf der hohen Kante, um das einfach so mal zu bezahlen. Ich meine, was anderes ist natürlich, wenn du dann erstmal dein Dispo auf Anschlag fährst, das ist natürlich dann nochmal eine andere Nummer, aber im Prinzip eigentlich ja eher ein gutes Zeichen, wenn jemand krisensicher ja, haushaltet. Aber gut. Jo, dann krisensicher ist auch der Paketversand im Moment. Jeder bestellt wie blöde und was mich da halt immer so ein bisschen genervt hat, also abgesehen vom Paketkasten, das habe ich ja glaube ich schon in einigen Folgen habe ich mich drüber ausgekotzt. Übrigens, weil manche Leute auch immer mal gerne fragen, was ist denn eigentlich aus der ganzen Nummer geworden? Aus der Nummer ist eigentlich gar nichts geworden. Im Prinzip lässt DHL seine Kunden da weiterhin im Regen stehen. Ich habe so eine teure Kiste vorm Haus stehen. Manchmal wird reingeliefert, manchmal auch nicht. Also ich würde mal sagen, so zu 70 Prozent nicht und so 30 Prozent ja, manchmal aber auch so, dass die parallel noch klingeln und das, also sie können es ja einfach reinhauen. Nee, aber sie klingeln parallel und dann, ja, der Kasten geht nicht auf und dann hältst du dann deinen Chip ran und dann geht der Kasten auf. Also lauter solche Geschichten, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber es gibt ja auch das Problem, dass, wenn man jetzt keinen Kasten hat, um mal den Bogen zu unserem eigentlichen Thema zu schlagen, wenn man keinen Kasten hat und nicht zu Hause ist, dass das Paket ja wieder zurückgeht und da hat man oft das Problem, Paket geht zurück und dann kannst du es ja erst am nächsten Tag abholen. Zumindest war das bisher so. Und das ist halt auch oftmals sehr nervig gewesen, gerade wenn es was Wichtiges ist und im Prinzip, sag ich mal, das Paket wird früh um halb neun irgendwie klingelt, der Paketbote, du bist noch im Bett oder keine Ahnung was, kriegst es nicht mit, dann nimm das wieder mit und dann ist vielleicht sogar, weil es der Samstag war, kannst du es dann nicht mehr abholen, obwohl die Filiale noch bis, was weiß ich, wie lang offen hat. Aber das soll sich ja scheinbar jetzt ändern. Genau, denn wenn das Paket jetzt wieder zurückgeht an den Paketshop und dort ankommt, dann bekommt der angemeldete Nutzer eine E-Mail zugesendet und das heißt, man muss jetzt nicht mehr bis an den nächsten Werktag warten. Okay, das ist interessant. Und ja, also vielleicht, vielleicht wird das dann echt ein bisschen komfortabler, was ich halt dann jetzt noch bei anderen Paketdiensten habe, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die schmeißen die Pakete jetzt einfach vor die Tür. Also Hermes zum Beispiel, völlig wurscht, die knallt das einfach vor die Tür. Das Geilste war ja GLS, da habe ich euch ja das Bild gezeigt, wo du dann so einen zerfetzten Briefumschlag bekommst, wo du denkst, was ist da eigentlich passiert? Ist da der Sprinter drüber gefahren oder ist das irgendwie in den Industrie-Schredder geraten, das Paket oder so? Das ist auch wieder so eine Geschichte. Aber wie ist es bei euch? Schwerfen die das wirklich vor die Tür auch bei euch? Bei mir ist schlecht mit der Vordertür. Ich hatte ja, glaube ich, schon mal erzählt, ich wohne in einem Mietshaus mit an der Durchfahrtsstraße. Also wenn sie das da theoretisch direkt vor die Wohnungstür legen, da sehe ich mein Paket Das ist weg. Da sehe ich mein Paket unter hundertprozentig nimmer. Es ist zwar so, dass die, also meistens wird es so gehandhabt, dass man es dann vor der Wohnungstür ablegen lassen kann, da die Paketboden dann nach einer gewissen Zeit natürlich wissen, okay, da wohnt jetzt der Tobi und dann halt muss man das Ganze mit Ablagevertrag oder halt dann irgendwie bei Nachbarn abgeben, wenn halt irgendwie mal die Oma gegenüber oder so in der Wohnung gerade ist. Oder halt dann, weil wir es auch von GLS hatten, da wird es halt dann mal anstatt im Paketshop abzugeben ins Verteilerlager, wo man dann eine halbe Stunde hinfahren muss, wird er zurückgegeben. Sprit kostet ja nichts. Ja, ich hatte noch Glück, dass ich dann eh zum, also nach Würzburg fahren musste und da konnte ich dann da vorbeikommen, aber ja. Ja, kundenfreundlich geht anders. Kundenfreundlich geht anders und manchmal fragt man sich dann schon, was da abgeht, aber wir hatten es ja auch in der Pre-Pre-Show drüber. ich glaube, die Leute arbeiten da echt nur, wie sie bezahlt werden und wenn man sich mal so anhört, was da bezahlt wird, würde ich wahrscheinlich anders arbeiten. Ja, das kann sein. Und Georg, bei dir auf dem platten Land. Ja, also wir haben da überhaupt keine Probleme. Also bei uns zu Hause, da ist halt immer wer da. Also das ist auch, meine Eltern als Landwirte haben halt auch andere Arbeitszeiten und von dem her, die sind dann zu der Zeit, wo der DHL-Boote kommt oder sonstige Paketanbieter, die sind halt immer da. Ja. Ja, und auf dem Dorf kennst du die Leute ja auch. Also ich meine, ich kenne hier halt auch die meisten Leute, aber von den großen oder was anders, von den anderen, also DHL und Post kennst du die Leute, aber von DPD oder auch von GLS oder von Hermes kennst du die Leute eigentlich nicht im Prinzip. Das ist auch, da merkst du auch schon, wie das Personalkarussell bei diesen Unternehmen sich dreht, weil du jedes Mal jemand anderes hier hast im Prinzip. Entweder ist es Absicht, dass wenn einer Scheiße gebaut hat, dass der dann da nicht mehr ausfährt und du den nicht zur Sau machen kannst. Aber es ist halt irgendwie schon ein bisschen, äh, bisschen komisch. Also da sind ständig andere Leute am Start und teilweise merkst du halt schon gerade bei Hermes, die kommen dann halt mit so einem abgeranzten Transport, ohne Hermes-Logo, dann weißt du schon, okay, das ist ein Sub-Sub-Sub-Sub-Unternehmer, der da jetzt irgendwie für Hermes, für, für einen Euro die Stunde da irgendwas ausfährt. Ähm, ja, also Vermutung, liebe Hermes-Anwälte, das ist reine Vermutung, das ist kein Fakt, ich weiß es nicht, aber der Eindruck könnte entstehen, dass der, äh, Austragende, ähm, nur einen Euro bekommt pro Stunde und, äh, das merkst du halt dann auch an der Motivation oftmals von den Leuten. Äh, und, äh, was halt schwierig ist, äh, das ist halt dann auch immer, wenn die da noch irgendwas brauchen, äh, können aber halt wirklich kein Wort Deutsch und da hat man halt auch mal jemand gehabt, der konnte nicht mal Englisch. Hm, was machst du dann? Das ist sehr schwierig. Der wollte dann noch irgendwas wissen, bla, für irgendwie so ein Zeug da auszufüllen, keine Ahnung, letztendlich hat er dann seinen, seinen Gameboy, hätte ich fast gesagt, sein, sein Gerätchen dann da und gezeigt und dann, ja, aber es ist schwierig, also da, naja, Pakete, Paket-Irrsinn sozusagen. obwohl du gerade DPD gesagt hast, mir ist doch was eingefallen, weil DPD ist bei, war eine Zeit lang bei uns nicht ganz so zuverlässig, weil wir haben unten bei uns ein Dorf, haben wir ein Unternehmen und die haben halt so einen Vertrag, dass die halt, ja, können die Paketboten einfach die Pakete ablegen und da braucht dann keiner dafür unterschreiben und da war es eine Zeit lang, gab es da einen Fahrer, der hat das halt schamlos ausgenutzt und hat halt so wirklich alle Pakete von dem Dorf halt einfach bei denen abgelagert und der musste dann letztendlich im ganzen Dorf immer rumrufen, hey du, ich habe dein Paket, kannst du bei mir abholen. Das ist schon krass, also etwas größerer Paketkasten sozusagen. Ja, so, ja geht halt schneller, so auf die Art und Weise. Ja, ich meine so, da habe ich jetzt auch noch jeweils gerade mit Paketen nachher abhanden gekommen von einem Bekannten von mir, von dem ein Freund, der bekommt medizinisches Marihuana, bei dem verschwinden halt öfters mal Pakete der Apotheke. Hm, also, warum wohl? Aber das geht halt auch über die Post und das ist dann, denke ich mal, ja, ne, ja gut, das ist, die, die dürfen ja jetzt glaube ich auch Pakete, da gab es irgendwas, wie gesagt, kein Anwalt, da gab es irgendwas, dass die jetzt Pakete, die auffällig sind, irgendwie es öffnen dürfen, ohne weiteres, also was ist ohne weiteres, aber wenn halt ein Verdacht ist, dass da irgendwas drin ist, Waffen, Drogen, irgendwas, dass die das halt aufmachen können und ich könnte mir vorstellen, dass man das schon ein bisschen riecht, ich meine, das ist klar, es ist verpackt, also nicht, dass ich jetzt wüsste, wie medizinisches Marihuana aussieht, aber ich weiß natürlich nur, wie echt das aussieht, nein, Quatsch, aber das ist schon irgendwie, ja, könnte ich mir vorstellen, dass sowas halt auffällt, sagen wir es mal so, aber wenn da draufsteht, was weiß ich, beliebige Online-Apotheke hier einsetzen, wenn das halt hier irgendwie auf dem Paket steht, dann, wobei die dürfen das wahrscheinlich gar nicht, das geht gar nicht für eine Online-Apotheke, oder? das geht über eine Apotheke, beziehungsweise Medikamentenversand, ob das jetzt Online-Apotheke ist oder nicht, weiß ich nicht, aber ich stelle mir mal vor, dass das zumindest auch irgendwie gekennzeichnet werden muss, dass das eben medizinisches Zeug ist, ich bekomme ja auch Medikamente, aber die muss ich mir in der Apotheke holen, weil die ja gekühlt werden müssen, das ist wieder was anderes. Gut, ja, sonst bekommst du dann irgendwie ein Paket, wo dann schön Trocken-Eis und Zeug drin ist. die Sache ist die, das Zeug, wo ich da geschickt bekomme, das sind Fertig-Spritzen, die kannst du so wahrscheinlich ohne Probleme versenden. Ja, das glaube ich auch, ja. Ja, naja, Paket-Stories, immer wieder, immer wieder wahnsinnig viel, was, also ich glaube, das ist so ein Thema, wenn du dich mit Leuten unterhältst, es gibt niemanden, der nicht mal irgendwo irgendwelche Storys erlebt hat mit DHL, DPD und Co. Ja, wie gesagt, was jetzt so für mich halt das Krasseste war, war dieses GLS-Paket von einem Partnerunternehmen von uns, die uns da Infomaterial zu Produkten zugeschickt haben und das kam halt eben dann zwar jetzt nicht aus Deutschland, das kam aus Finnland, ich kann schon denken, wer das war, ich sage aber trotzdem keinen Namen, kam aus Finnland und war komplett zerfetzt und der Inhalt war mehr oder weniger auch nicht brauchbar und dann habe ich dann eben noch mal hingeschrieben, dann haben sie es dann noch mal schön in so einer, wie nennt man diese Dinge eigentlich, diese Rollen da, diese Papierrollen, diese stabile, genau, in so einer Papprolle und da ist dann auch nichts schief gelaufen, weil wahrscheinlich war die Papprolle, die ist so stabil, da kannst du auch mit dem Sprinter drüber fahren, fast hier nichts, aber ja, das war schon etwas extrem. Die andere Frage ist halt auch, wenn man dann schon eine Papier, also so eine Rolle versendet, geht es ja meistens um irgendwelchen Dokumentenversand, eventuell denkt sich vielleicht dann auch eben der Typ, der das dann, oder die Frau, die es dann eben durch die, diese ganze Post, diesen dann Postspießroutenlauf wuchtet, dass man vielleicht eben das Ding nicht dazu benutzen sollte, den Kampfhund auf dem Betriebsgelände abzuhalten. Oder die haben wirklich ein Feuer damit ausgeschlagen. Das kann natürlich sein. Oder ist es in irgendeine Maschine stecken geblieben. Ja, das kann auch sein, das ist dann da raus, aber man kennt es ja, also ich habe es ja relativ häufig, wenn du so schwerere Sachen, also die bestellen ja auch gerne mal was zum Heimwerken über Online-Shop, gerade jetzt während Corona haben wir öfters mal irgendwie Werkzeug bestellt und so. Das ist ja auch ziemlich schwer und da passiert es auch häufig, dass der Karton einfach reißt bei DHL oder bei DPD und dann kleben die das auch. Aber GLS denkt sich, ach scheiß drauf, das Klebeband, das ist viel zu teuer. Das lassen wir mal lieber sein. Das fand ich halt eher unsexy als Kunde. Aber ja, wie gesagt, das ist halt, und vor allem bei so kleinwertigen Sachen, da ist ja auch der Aufwand, das zu reklamieren wegen so ein paar Flyern und Werbematerial und so, das ist halt eigentlich viel zu, eigentlich viel zu übertrieben. Aber letztendlich, eigentlich müsste man es machen. Aber macht man natürlich nicht, weil die Zeit, die gibt dir keiner zurück. Und vor allem, was bekommst du dann von denen? Fünf Euro oder so? Das ist völliger Quatsch. Aber ja, es ist halt, es geht ums Prinzip, dass halt da einfach ausgeliefert wird und dass die Leute da am Limit arbeiten. Und die Frage ist halt, geht es anders? Ich kann es nicht beurteilen, ich bin da nicht drin in dem Zeug, aber es ist schon immer wieder spannend. Ja, was auch spannend ist, habe ich auch mal aufgeschrieben, so ein Jahr Homeoffice, mal so ein bisschen die Retrospektive zu dem ganzen Thema, weil letztes Jahr, wir haben jetzt Ende März, und letztes Jahr ging das ja dann so los mit Corona in Deutschland. Ich glaube so kurz vor meinem Geburtstag, Anfang bis Mitte März, Anfang bis Mitte März ging es ja dann los mit Corona, soweit ich das noch im Kopf hatte. Da ging es ja dann in Deutschland richtig rund. Und da kam ja dann auch so das Homeoffice über Deutschland. Und man soll das nicht meinen, aber es gibt immer noch Probleme bei Unternehmen, die zum Beispiel, also was ich jetzt mal rausgepickt habe, das hat mich so ein bisschen schockiert, sind dann so Unternehmen, die ihre Mitarbeiter, Mitarbeiter Sachen unterschreiben lassen. Es ist ein Unternehmen, irgendwie Industrie, Serviceunternehmen aus Bayern, wo halt die Mitarbeiter praktisch unterschreiben sollen, dass sie eben kein Homeoffice machen wollen. Und so mit dem unterschwelligen Unterton, naja, also wenn du hier noch arbeiten möchtest nach Corona, dann solltest du das unterschreiben. Was ich halt schon sehr, sehr heftig finde. Aber sowas gibt es halt scheinbar. Solche Blüten treibt das Ganze jetzt. Oder auch Behörden, die es halt einfach immer noch nicht gebacken kriegen, irgendwie Homeoffice bereitzustellen. Was ich ja absurd fand, habt ihr von Extra 3 die letzte oder vorletzte Folge gesehen mit den Polizeibeamten im Homeoffice? Also das war auch so ein Ding. Polizei, ich weiß nicht mal, welches Bundesland, ist jetzt egal, da geht es um Datenschutz. Und das ist ja auch absurd. Und da müssen die Leute praktisch die Akten, also praktisch kopieren und mit nach Hause nehmen. Also nichts digital oder so. Die gehen dahin, drucken die Akte raus, komplett. Also was weiß ich, 200 Seiten oder so, keine Ahnung, je nachdem, was so eine Akte halt hat, machen ihre Anmerkungen, die sie sonst digital machen würden, auf dem Papier, wegen Datenschutz. Und dann müssen sie es wieder mit reinnehmen und dann tippen sie es dann in der Polizeidienststelle in den PC rein. Also völlig absurd. Dann hat es natürlich noch so Nachteile, dass wenn zum Beispiel jetzt, was weiß ich, Montagmorgen in der Polizei, da stehen dann erstmal die ganzen Kommissare eine halbe Stunde Schlange am Kopierer, bis dann jeder seinen Fall seinen aktuellen da rausgelassen hat. Also, ja, also unglaublich. Und sie dürfen natürlich auch keine Sachen irgendwie zu Hause ausdrucken. Das heißt, sie müssen dann da rein. Okay, da könnte man wieder sagen, na ja gut, der Drucker zu Hause, da könnte man Sachen abgreifen. Könnte man sagen. Man könnte aber auch sagen, liebe Polizei, ihr habt genug Geld, ihr verschwendet so viel Geld in irgendwelche Sachen, dann, besser gesagt, Polizei hat kein Geld, aber der Staat hat Geld. Polizei muss ja teilweise, die Leute müssen ihre eigene Ausrüstung selber kaufen, habe ich schon mitgekriegt. Also völlig wild, solche Geschichten. Oder die kaufen sich freiwillig selbst irgendwelche Sachen, weil es der absolute billigste Schrott ist, den sie bekommen. Nee, anyway, auf jeden Fall, das ist halt völliger Irrsinn, wenn die Leute dann solche Akten ausdrucken müssen, um da drin arbeiten zu können. Also, wo lebt man denn? Also, es ist irgendwie völlig absurd. Warum soll nicht auch bei einem Polizeibeamten Homeoffice funktionieren? Da kann man ja auch dazu sagen, selbst wenn es um Datenschutz geht, dass man sagt, okay, ich will das Zeug nicht versenden, dann gibt es ja mittlerweile auch genug technische Lösungen, dass du halt einfach sagst, okay, du nimmst halt einen Laptop oder was und verschlüsselst den halt dementsprechend mit, jetzt sage ich mal, mehr oder weniger Airgap-mäßig, dass du den halt auch daheim mit ans Netzwerk nehmen darfst oder kannst und dann machst du halt eine gescheite Verschlüsselung drauf und wenn du überparanoid bist, dann machst du es halt wie jetzt so, ich sage es mal, der gediebte Hacker, der halt dann die Platte mit einem Schlüssel nuket und dann wieder entschlüsselt und so weiter. Das ist ja alles technisch möglich und das ist ja auch kein großes Hexenwerk. Und vor allem sehe ich ja beim Datenschutz noch viel größeres Problem, wenn ich dann eben diese Papierdaten habe. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt, gehen wir mal davon aus, ich bin ein ganz, ganz böser Mensch und möchte Daten über mich verschwinden lassen oder keine Ahnung oder herausfinden, was die Polizei von mir weiß, dann keine Ahnung, finde ich halt raus, welcher Kommissar das hat und dann keine Ahnung, ist ja klar, wenn die Polizei schon eine Akte von mir hat, dann schrecke ich jetzt auch nicht unbedingt davor zurück, dem halt mal irgendwie aufzulauern und mir das Zeug mal zu krallen oder so. Kannst du, wenn du natürlich einen verschlüsselten Laptop hast, dann viel Spaß, das Ding irgendwie zu entschlüsseln. Wenn du natürlich die ausgedruckten Daten hast, ja, dann kannst du dich freuen. Oder natürlich dann auch, ist ja jetzt nicht so, dass es nicht so vorgekommen wäre, dass vielleicht die Polizei auch nicht ganz so unbefangen ist, wie sie sein sollte. Ach, was? Und dann, keine Ahnung, dann kommen halt vielleicht auch mal so ein paar, ja, ich habe halt die Kopie verloren. Genau. Oder zufälligerweise im Café, gut, mit Corona ist das jetzt nicht möglich, aber im Café sitzt dann neben dir jemand, der dann einfach mal zufälligerweise das Foto-Handy oder das Handy rausholt und damit ein Handyfoto macht, so rum. Ja, da gibt es schon Möglichkeiten. Ich verstehe es halt auch nicht, weil ich glaube, wenn man das irgendwelchen ausländischen Polizisten sagen würde, die würden sich schlapp lachen, weil in den USA zum Beispiel, gut, ist immer schwierig, Polizei, USA, ich weiß, aber bei denen ist die Digitalisierung halt auf einem anderen Level. Die haben seit Jahrzehnten, haben die Notebooks fest verankert in jedem Einsatzwagen und die können überall auf ihren Scheiß zugreifen. Das kann aber auch jeder überall editieren und so weiter. Und ich habe ja, das ist glaube ich schon ein paar Monate her oder vielleicht sogar über ein Jahr, irgendwann im Podcast habe ich auch mal darüber geredet, dass ja die Hamburger Polizei so eine, ja, so eine Lösung mit Microsoft zusammengebaut hat, damals noch in Skype for Business. Ultra krasse Verschwendung von Steuergeldern, anders kann man es nicht sagen, wieder mal der, ja, Ländersache, das merkt man halt, dass diese Geschichte uns immer wieder auf die Füße fällt, dass jedes Bundesland macht, was es möchte und denkt, was richtig ist und letztendlich haben die mit Microsoft zusammen einen eigenen Messenger entwickelt auf der Basis von Skype for Business. Jetzt haben wir das Dilemma, Skype for Business wird ja irgendwann eingestampft und gegen Microsoft Teams komplett getauscht. Das wird ja auch bald kommen irgendwann. Ich weiß jetzt nicht genau, wann das End of Life ist, aber es wird kommen und das heißt also, die haben hier eine Sonderlösung gebaut auf Basis einer Plattform, die bald eingestampft wird und jetzt muss man wahrscheinlich entweder richtig viel Geld bei Microsoft hinten reinschieben, dass die da weitermachen und das Ding auch weiterhin supporten und fixen und was weiß ich alles oder man muss halt nochmal umsteigen auf eine andere Plattform. Also völliger Kokolores, warum hat man sich da nicht mal wieder auf Bundesebene oder allgemein vielleicht mehrere Bundesländer mal zusammengeschlossen und gesagt, hey, wir wollen hier eine schöne Messenger-Lösung für unsere Kollegen bauen lassen. Vor allem, dieses Bauen lassen ist halt auch Quatsch. Die Münchner Polizei zum Beispiel, da hatten wir uns auf der Itza eine nette Messenger-Lösung angeguckt, ein Startup aus München, die halt auch ähnlich wie es halt zum Beispiel Rocket Chat macht oder auch Threema oder wie die alle heißen, nur eben zum Selbsthosten gab es da so eine Plattform. Mir fällt der Name gerade nicht ein, ich möchte auch keine Werbung für die Firma machen, aber und die haben sich dann wiederum mit dieser Firma verbandelt und die Polizisten in München, die kommunizieren halt jetzt über diese Plattform. Was aber auch wieder Blödsinn ist, weil wenn dann doch mal Polizisten länderübergreifend zusammenarbeiten müssen, also bundeslandübergreifend, dann funktioniert das auch wieder nicht. Der eine hat diesen Skype for Business Messenger, der andere hat diesen Startup Messenger, wieder ein anderer hat Microsoft Teams, der andere hat XY, das ist ja völlig absurd mal wieder. Aber gut, willkommen in Deutschland. Ja, ich finde sowieso, dass heute europaweit sollte es da ein einheitliches System geben, damit man zusammenarbeiten kann, weil ich meine, das ist schon allein Bundesland zu Bundesland ist ja ein Chaos, aber dann Land zu Land, das sollte halt auch mal irgendwann mal einheitlich gemacht werden, weil ich glaube, da würde... Da denkst du aber sehr groß, Georg. Ja, muss man ja auch manchmal heißt ja immer, da steckt dir große Ziele. Aber ich denke, wenn man sowas einführen wird, dann wird man auch viel, viel besser mit Kriminalität umgehen können, weil ich glaube, gerade diese ganzen unterschiedlichen Systeme sind momentan noch so ein riesiger Zeitfresser, wenn es um Ermittlungen geht. Ja, aber Georg, das sind doch alles Einzeltäter, das ist doch niemals ein... eine organisierte Bande. Ein organisiertes Verbrechen. Also das ist egal, wobei, nur Drogenkriminalität und so ist immer organisiert, das hat man doch immer schon gesehen, auch in Deutschland und Europa, es gibt keine Netzwerke, die da übergreifend agieren. Ach stimmt, habe ich vergessen. Ah, Mann, ich bin aber... Na, ja... Manchmal bist du aber echt ein Dussel. Ja, manchmal bin ich echt ein Dussel, also da muss ich der Politik schon manchmal mehr vertrauen. Ja, genau. Ja, es ist immer gut, wenn die Politik, wenn Politiker, die von Technik keine Ahnung haben, das werden wir dann auch später noch sehen im Podcast, wenn die über sowas entscheiden. Ja, um jetzt nochmal auf das Thema Homeoffice zurückzukommen, ich wollte ja auch mal so ein bisschen Fazit ziehen, bei dir, Georg, ist es ja eher Homeschooling, aber das ist ja, sag ich mal, ein bisschen artverwandt mit dem Unterschied, dass du irgendwann auch Klausuren hast und solche Geschichten, die natürlich ein normaler Arbeiter jetzt in der Form eigentlich nicht hat. Ich habe auch schon erlebt, dass zum Beispiel auch, ja, bei Studenten auch Prüfungen jetzt online abgehalten wurden und so, das ist auch ein interessantes Konzept. Vor zig Jahren hätte man gesagt, no way, nie im Leben möglich oder so, obwohl es ja auch Fernuniversitäten gibt, aber ich glaube, da musst du dann zur Prüfung auf jeden Fall vor Ort sein, soweit ich das im Kopf noch habe, aber das ist jetzt auf einmal möglich, also sowas wird auf einmal möglich gemacht. Hattet ihr auch Prüfungen irgendwie gehabt? Ja, wir hatten jetzt in letzter Zeit viele Prüfungen, aber nicht online, weil da gibt es, zumindest in Bayern gibt es da kein System dafür, weil da gab es auch diesen einen Fall von der Universität, wo halt dann Leute, bei denen man es online gemacht hat, halt dann, die wurden beim Spicken erwischt, weil das ist momentan, sehr dumm, also ich sehe da selber keine Lösung, wie man das quasi am besten macht, verändert, also, weil ich meine, mit einer Software am Computer, ja benutze dein Handy, mit ständiger Webcam, naja, Webcam-Bilder kann ich auch fälschen, da kann ich auch quasi meinen Loop quasi einspielen, wenn ich Lust drauf habe. ja, selbst, wenn du eine Software hättest, die den Loop halt, wo es unterbindet, dann lege ich mir halt das Ding so hin, dass es die Webcam nicht sieht, das ist, wollte gerade sagen, im absoluten Notfall hänge ich das Ding halt hinter die Webcam an die Wand oder so. Ja, genau, also du bräuchtest dann eine 360-Grad-Kamera im Raum. Und zwar permanent, also das ist auch wieder das andere. Ja, permanent, und wer soll das angucken, wenn du da eine Prüfung hast mit zig Leuten, also was auf jeden Fall geht, wo wir uns glaube ich einig sind, sind so Sachen wie Vorträge online halten, weil letztendlich da wird ja dein Vortragsstil und der Inhalt, ich meine, da kann man, den Vortrag kann man sich auch so kopieren, auch wenn man ihn real hält oder eben so mündliche Ausfragen, wobei da muss man halt auch sagen, wenn du halt weißt, was gefragt wird, was eigentlich nicht passieren sollte, aber es gibt ja sicherlich Fächer, wo sowas offensichtlich ist, was abgefragt wird, also jetzt in der Grundschule irgendwie so Gedicht auswendig gelernt, natürlich kannst du das dann hinter die Webcam hängen und dann sagst du einem Lehrer hier, ja, ich sag ihm mal das Gedicht auf und so, ja, muss man wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr machen, ich, alter Sack, musste damals in der Grundschule noch Gedichte auswendig lernen. Ach, das gibt es immer noch. Musste ich im Abitur auch noch, also von daher. Im Abitur? Von daher, so Zeug wie im Englischunterricht, Shakespeare auswendig. Ach du heilige Scheiße. Unsere Englischlehrerin hatte eh wenig Anhieb. Okay, ja gut, ihr könnt ja auch mal kommentieren, ob ihr das auch noch machen musstet in eurer Schulzeit. Auf jeden Fall, da könnte man halt schon offensichtlich betrügen. Also ich glaube auch, prüfungstechnisch taugt natürlich jetzt das Homeoffice oder Homeschooling jetzt nicht unbedingt, aber ich denke mal so, im normalen Unterricht kommt natürlich auch mal drauf an, wie die Lehrer das organisieren. Da kann es durchaus gut funktionieren, wenn es halt, wenn der Lehrer oder Lehrerin, wenn die halt dann dementsprechend sich darauf vorbereiten und auch dementsprechende Medienkompetenz mitbringen, was ja von den Schülern immer gefordert wird. Ja, Schüler müssen mehr Medienkompetenz und bla, was sicherlich an manchen Stellen richtig ist, aber wenn die Lehrer das selbst noch nicht machen. Ja gut, zu den Prüfungen, da wird mir jetzt aber auch noch was einfallen, also zur Zeit, wo ich noch an der Uni gegammelt habe, war es ja teilweise auch so, dass man Prüfungen hatte, wo dann halt alle Hilfsmittel zugelassen wurden. Ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern man da spicken könnte, aber ich überlege mir jetzt so eine Mathe 2 oder sowas, da ist halt mit Spicken nicht viel. Das ist, wenn du eh alle deine Hilfsmittel hast, ja, und jetzt so eine Mathe, also eine Universitätsmathe Prüfung, das ist schon eine andere Hausnummer als jetzt Abitur oder sowas, da wird ja nicht abgefragt, ob du, keine Ahnung, deine Formel auswendig kannst, sondern das ist ja so eine Mischung, was kann ich meine Formel, nun habe ich die Sache verstanden. Ja, oder wenn du wie Felix so eine juristische Ausarbeitung von einem Fall machen musst, so eine Fallanalyse, heißt bestimmt komplett anders, wie gesagt, kein Anwalt, kein Jurist, aber Felix bald und der hat da auch erzählt, dass die, dass die da irgendwie was zugeschickt bekommen haben und dann hatten die so und so viele Stunden Zeit und dann mussten sie dann ihre fertig ausgearbeitete Bewertung dann einschicken und die wird dann beurteilt. Das ist ja wie ein Deutschaufsatz oder so, sowas kannst du eigentlich kaum kopieren, mehr oder weniger, wenn es vor allem um was, und da geht es ja wirklich, da geht es ja dann darum, dass irgendwie ein Gefall geschildert wird und du sollst juristisch dazu Stellung nehmen, so und diesen Fall, der ist ja komplett konstruiert worden für diesen Prüfungszweck und da macht es ja auch keinen Sinn und da sind ja auch, was hast du da für Hilfsmittel, wahrscheinlich dürfen die das Gesetzbuch sowieso benutzen oder was weiß ich als Nachschlagewerk und das ist da genau das Gleiche und vielleicht tut man sogar den, wie sagt man, Korrektoren, Korrektoren, Korrekt, Korrektor, ja Korrektoren, tut man vielleicht sogar noch einen Gefallen, wenn es digital ist, weil dann können die das auch digital halt irgendwie auf ihrem Endgerät sich reinziehen, wobei es gibt sicherlich in Deutschland wieder irgendwelche Sachen, dass man das nicht darf und das ist nicht gültig und bla und blub, muss auf Papier und unterschrieben mit Ziegel und Wachs und keine Ahnung, egal, es ist in Deutschland, aber, Tatsächlich muss ich das sagen, man kann an einer Vosbos, kann man es mitunter beantragen, seine Prüfungen digital zu schreiben, also gibt es so irgendwelche Sonderdinger, ich weiß nicht, was man dafür erfüllen muss, ob man da irgendwie sein erstgeborenes dafür opfern muss, aber es soll scheinbar möglich sein, beide Hände amputiert haben oder so, du musst nur mit deinen Füßen tippen können oder so, ja, es ist schon heftig, ja, also wie gesagt, das ist interessant, was da auf einmal möglich ist, ja, aber das ist halt so das komplette Sonderding und du musst halt ein speziell konfiguriertes Word haben, wo halt die Autokorrektur und so weiter deaktiviert ist, Spyware von der Uni mit auf dem Rechner oder so völlig überwacht, da habe ich im Internet auch schon Dinger gelesen, das sind, das sind dann teilweise, also das ist halt in Deutschland, aber da mussten dann Schüler, also Spyware auf dem Rechner installieren, die halt wirklich bis ins Bios und so weiter runterging, also wenn ich mir das, wenn ich mir das überlege, also jetzt von der Berufsschule und so weiter, da würde ich den Teufel tun, das auf irgendein Rechner zu installieren, den ich privat nutze. Virtuelle Maschinen, ja, die Frage ist, ob das überhaupt auf virtuellen Maschinen geht, weil, wahrscheinlich nicht, ja. Also wie schon gesagt, das ist, da würde ich mir ein Dualboot oder irgendwas einrichten, also Leute, das geht zu weit, das geht gar nicht, meine Lehre oder die Lehre oder die Schule oder der Staat in dem Fall hat nichts da an meinem Rechner zu suchen. Ja, so ist es. Ja, Thema Freiheit und Datenschutz und so, das ist ja auch bei manchen Unternehmen ist das ja jetzt aufgekommen, weil es gibt scheinbar immer noch Chefs, wir hatten ja vorhin das Beispiel mit dem Industriebetrieb, die halt wirklich ihren Mitarbeitern keinen Zentimeter im Homeoffice trauen und da muss man sich schon fragen, sag mal, was ist das für ein Unternehmen? Also da würde ich schon mal gar nicht arbeiten wollen, das ist das Erste und das Andere ist, ich kann diese Chefs halt nicht nachvollziehen, was sind das für Leute? Weil letztendlich, ich stelle doch eigentlich nur Leute ein, gerade in so Büropositionen, denen ich eigentlich auch so ein gewisses Maß vertraue und ich sage mal so, von dem, dass der Mitarbeiter vielleicht mal zwei Minuten länger auf Toilette ist oder zwei Minuten mal kurz ein Paket an der Haustür entgegen nimmt, da wird er keine 3000 E-Mails beantworten oder irgendwas machen, sondern das ist halt einfach, das würde er wahrscheinlich, wenn er im Büro ist, beim Ratschen in der Kaffeeküche sowieso verbrauchen an Zeit oder beim Schwätzchen auf den Gang mit den Kollegen oder Kolleginnen. Also von daher, das kann ich nicht nachvollziehen, aber es gibt solche Fälle und ich bin mir sicher, dass es wahrscheinlich in Deutschland auch unter der Hand irgendwo Unternehmen gibt, die ihre Mitarbeiter da bespitzeln. Wenn das rauskommt, dann gehörst du wirklich der Katz, weil das ist richtig krass, zu Recht, was da dann auf dich zukommt als Unternehmer, also wenn da jemand jetzt zuhört, oh Gott, oh Gott, das ist auch wirklich heftig, aber völlig zu Recht und dann schämen und in die Ecke stellen, weil sowas ist wirklich unter aller Sau. Aber ich erlebe es halt immer wieder, dass halt Leute davon berichten, dass ihre Vorgesetzten halt, was Homeoffice angeht, einfach völlig, weiß ich nicht. Und ich bin halt der Meinung, man sieht ja, was die Leute arbeiten und wenn man, ich meine gut, das hat auch immer was mit der Arbeitsweise zu tun, aber wenn man so Daily Briefings hat und so weiter und Termine und Projekte und Controlling-Sachen hat, dann sieht man doch, ob derjenige an dem Projekt weitergearbeitet hat oder nicht. Also da brauche ich keine Spyware dafür, das kriege ich auch so mit als Chef normalerweise. Also völlig... Ja gut, mach mal fertig, dann zeige ich dazu an. Ja, da habe ich einen Punkt gemacht. Weil da hatte ich interessanterweise eine sehr ähnliche Diskussion mit meinem Teamleiter. Das war dann auch so, ja Homeoffice ist mir sowas von wurscht, so auf die Art. Ich sehe ja am Ende, ob der Kerl oder die Frau ihre Arbeit macht, wenn am Ende halt das Projekt fertig ist oder eben, keine Ahnung, jetzt ich bin Anwendungsentwickler, wenn ich halt mein Ticket bearbeitet habe und das Zeug in Production geht und läuft, dann ist das, kann eigentlich das der Firma wurscht sein, ob ich das jetzt an meinem Schreibtisch hier in der Wohnung gemacht habe oder halt im Betrieb. Es muss ja am Ende was, also ein Produkt rauskommen. Oder wenn Corona vorbei ist, kannst du es theoretisch auch am Urlaubsstrand gemacht haben, völlig egal. Gibt es ja auch, Digitalnomaden, auch ein interessantes Thema, Leute, die halt dann in irgendwelche Länder verreisen und dann so eine Art Work and Travel machen, aber halt eben das Work über Remote, lustige Sache. Ich meine, es ist nicht jedermanns Sache, definitiv nicht, aber für die Leute, die sich dafür begeistern können, ist es halt schon geil, weil du kommst rum, du siehst andere Länder, du hast deinen Job, du bist auch nicht abhängig von der wirtschaftlichen Lage der Länder, in denen du dich befindest. Unter Umständen bist du vielleicht sogar in einem Land gerade, wo man als Deutscher ja sehr viel Geld zur Verfügung hat oder dass das Geld halt, das deutsche Geld dort sehr viel wert ist, so müsste man es vielleicht sagen und dann kannst du da auch sehr viel davon profitieren und bringst dem Land ja im Prinzip auch was, indem du dort konsumierst und Geld in die Wirtschaft reinbringst und so weiter. Ja, der libertäre Steffen wie immer, der muss das natürlich mit anbringen. Nee, aber es ist halt wirklich ein interessantes Konzept und ich verstehe das halt und wo da das Problem ist. Es gibt da halt so komische Argumentationen. Ich meine, ich bin halt auch so ein Mensch, muss ich ehrlich sagen, ich bin auch manchmal ganz froh, wenn ich einfach meine Ruhe habe. Das ist vielleicht auch so ein bisschen dieses Nerd-Ding und das ist ja auch, das ist auch so, wo ich mich damals mit Felix drüber unterhalten habe, mit seinem Studium. Er findet es ja auch geil, dass er jetzt, ich meine, es war am Anfang ja nicht absehbar, dass er dann sein Studium mehr oder weniger im Homeoffice bestreitet. Aber ich meine, wir sind halt so der Schlagmensch, die das halt einfach gut finden, die halt einfach auch, die brauchen das nicht, mit 10.000 Leuten da irgendwo unterwegs zu sein und da bin ich, ich meine, da bin ich so jemand, der kommt damit gut klar, aber es gibt natürlich Leute, das darf man nicht, darf man auch nicht kleinreden, und es gibt Leute, die kommen damit nicht klar, die brauchen halt unbedingt die Interaktion mit den Kollegen, weil sonst geht es denen nicht gut und die Leute, die sollen dann auch in Gottes Namen bitte nicht ins Homeoffice gehen, weil dann sind die ja auch nicht produktiv, aber die Leute wissen das ja auch selbst von sich aus, dass sie dann damit unglücklich werden, aber so eine gesunde Mischung, ich meine, ich würde jetzt auch nicht zu 100% ins Homeoffice wollen, aber so eine gesunde Mischung, sage ich mal, finde ich eigentlich ganz nett, dass man sagt, so ein paar Tage die Woche immer mal oder wenn es halt gerade passt oder wenn es taktisch ganz gut ist, also taktisch meine ich jetzt zum Beispiel das Thema eine normale Erkältung, jetzt mal unabhängig von Corona bahnt sich an und man möchte jetzt nicht unbedingt das ganze Büro anstecken, finde ich super toll mit Homeoffice, das ist sowieso was, da würde ich mir sowieso mehr Homeoffice wünschen, überlege mal, wie wenig Grippe es jetzt gab, dadurch, dass die Leute nicht mehr in den ÖPNVs zusammengepfercht standen oder auf der Arbeit der eine Kollege, der sich dann da reinschleppt, das gibt es in jeder Firma, der sich reinschleppt, ja, ich muss was arbeiten und hier und rotzt alles voll und was weiß ich, das sind so die Vorteile vom Homeoffice definitiv oder wenn ich jetzt daran denke, irgendwelche Mütter oder auch Väter, die dann noch Kinder betreuen müssen, optimale Sache und wenn du dein Zeug arbeitest, dann kann es der Firma doch völlig Wumpe sein, wo du das tust. Meine Meinung. Gut, ja, lange Rede, kurzer Sinn, irgendwas wollte ich noch anbringen, ach ja, Thema, bevor wir das Thema jetzt schließen, beim Thema Homeoffice, was auch noch witzig ist, das ist so das Thema, ich meine, da können wir uns jetzt sehr lustig drüber machen, weil in unserem Alter, aber wenn halt so, sag ich mal, 50 plus oder, ja, 50 plus, sagen wir es mal so, 50 plus Leute, die halt wirklich so mit PC jetzt noch nicht so fit sind oder halt auch zwar in ihrem Bereich sich auskennen, aber halt so mit, mit so Sachen wie Microsoft Teams oder so oder Videotelefonie absolut nicht klarkommen, da gab es auch schon so absurde Situationen und du merkst halt auch gleich Leute, wo wir wieder beim Thema sind, hier die ganz schlimmen Gamer oder so, wer Online-Spielerfahrung hat, der weiß ungefähr, wie man mit einem Mikrofon umgeht, dass man sich stumm stellt und so weiter und dass man halt, aber das wissen halt Leute nicht, die, die halt sowas nicht benutzt haben, ne, also so, die, du erkennst gleich, die Gamer im Homeoffice, erkennst du gleich, okay, die haben ein gutes Mikrofon-Setup und alles und das passt alles und bei so einem, ja, um mal so ein Jugendwort, Boomer, wenn so ein Boomer da sitzt und dann rauscht das und dann, was weiß ich, Laptop-Mikrofon und, ganz schlimm, also das, das merkst du halt sofort oder dann wird dann so reingeatmet oder so und, oder dann währenddessen was gegessen und so und reingeschmatzt und so, also ganz, ganz skurrile Sachen, weißt du, ob ihr das nachempfinden könnt? Ja, ich glaube das. Ja, definitiv. Aber das ist auch so ein ganz großes Problem beim Arbeitskollegen von mir, der, aber das ist auch, wenn der da im Büro sitzt, ähm, um Gottes Willen, also Junge, äh, wenn du weiterhin, also der, der hat so, so ein Schmatzen an sich manchmal, ey. Beim Reden auch? Nee, 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 äh, das ist ja das Schlimme, der macht das nicht beim Reden. Das ist, das macht der mal irgendwann, äh, keine Ahnung, hängt was im Zahn oder so, ich, ich, ich hocke da, hocke da dort und versuche gerade irgendwas zu programmieren und dann hinter mir so ein, und dann denke ich mir dann so, äh, ja, gut, aber das, damit muss man halt dann leben, wenn man mit anderen Leuten irgendwo, und nicht, und nicht, der Nachteil, und nicht wie in der, äh, Pre-Show-Show besprochen, irgendwo im finnischen Wald lebt, ja, wünscht man sich manchmal, ernsthaft, ja, das Ding ist halt auch, man darf halt auch nicht vergessen, wenn man halt mit Arbeitskollegen da ist, die meisten Leute arbeiten halt nicht mit, mit ihren Freunden zusammen, das ist halt jetzt so, wäre halt jetzt so der Vorteil bei Kurs of for You oder so, das ist halt, man versteht sich untereinander und man kommt auch mit den meisten Sachen der anderen Leute problemlos klar, äh, aber wenn du dann halt mit so Leuten zusammengewürfelt, weil, weil die sich halt, weil die Firma, diese Gruppe zusammenstellt, das ist jetzt unabhängig vom Homeoffice, dann hast du halt die tollsten Leute da untereinander, die sich so im privaten Leben nie irgendwie zusammenrotten würden, die sind dann da auf einen Haufen und müssen irgendwas produktiv miteinander machen, ganz wilde Sache, also dieses Konzept sollte man doch mal überdenken, aber was willst du machen, ne? Naja, äh, Georg, du wolltest ja noch was erzählen zum Thema, äh, dass Leute damit nicht klarkommen mit der modernen Technik. Ja, also, äh, das hat man auch bei Schülern, also, äh, die Technik, äh, da kannst du durch alle, ähm, Gesellschaftsschichten gehen, äh, was ich dann immer ganz lustig finde, ist der Wasserfall. Das ist einfach, wenn manche Leute, die sind dann, ähm, in den Call drin, und du merkst es, wenn die sich stumm schalten, weil dann ist dieser Wasserfall im Hintergrund auf einmal weg. Ja, und das auch, was ich, das machen wir ganz lustig, du weißt halt einfach, ob die Person allgemein da ist, so, ah, heute ist er nicht da, heute haben wir keinen Wasserfall. Kein Rauschen, ja, das ist geil. Ja, was ich auch, jetzt hatte, das war erstaunlicherweise sogar von einer recht großen Firma, nenne jetzt keine Namen, ähm, die so, äh, Systemlösungen anbietet, die hatten so einen, ja, was sage ich, wie nenne ich das jetzt, ohne zu verraten, was für eine Firma das ist, die hatten so eine, so eine Art Hausmesse, online jetzt, und da fing es dann schon mal an, so Thema Datenschutz, du bist reingekommen, und du hast schon mal die Namen aller Webinar-Teilnehmer gesehen. Und die Firma und so, wo ich mir gedacht habe, what? Und so eine Firma, Leute, sowas geht doch nicht. Und, und das ist eine Firma, die, die auch im Security-Bereich, also es ist ein Systemhaus, ein großes in Deutschland, wo ich mir gedacht habe, ey Leute, das kann doch nicht sein. Und dann ging es halt weiter, ähm, dann war es auch noch so, normalerweise bei einem Webinar ist ja immer so, dass alle stumm gestellt sind, und nur der Dozent reden kann. Bei denen war es so, dass jeder sich entmuten konnte, und dann kam halt einer rein, der Strom ist ausgefallen, und bei einem, und der Dozent halt dann so eiskalt, ne, da hoffen wir mal, dass der Strom bald wiederkommt, ne, also es ist, oder dann, dann mittendrin irgendwelche Anrufe, oder irgendwelche Gespräche und so, und das ist völlig unprofessionell, aber da, da frage ich mich bei sowas, also, hm, merken die das nicht, oder ist es unwichtig, sagen die, ach, das ist ja eh nur online, nächstes Jahr machen wir es wieder im Real Life, diese Hausmesse, ähm, also schon ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, finde ich, aber gut. Ja, ähm, habt ihr noch Anekdoten, ansonsten würde ich das Thema fast zumachen, mit Homeoffice, äh, eine Anekdote hätte ich noch, äh, hau raus, momentan ja noch, noch Berufsschule, also, äh, ihr fragt, für die alle, die sich jetzt fragen, warum hat er vorhin Studium und Berufsschule, äh, kann ich mal irgendwann noch was erzählen, wenn es irgendjemand interessiert, äh, kann er das gerne fragen. Hast du, glaube ich, schon mal erzählt, aber ist egal. Auf jeden Fall, ähm, bei der Berufsschule, an der ich, äh, momentan interniert bin, ähm, ist Umbaumaßnahmen, und da haben im letzten Block halt einfach mal ein paar unterbezahlte Arbeiter war halt dann mal der Rest für den Tag, äh, gelaufen. Das ist jetzt, ähm, für mich jetzt nicht allzu schlimm gewesen, weil ich halt aus dem Studium schon ein bisschen, äh, Ahnung mitgenommen hab, aber, äh, Leute, die Prüfung kommen halt bald, und wenn halt ich jetzt, bei Leuten, die halt noch nicht so groß erfahren oder noch ein bisschen jünger sind oder das halt einfach noch nicht gemacht hatten, dann, äh, ja, äh, ne, da kannst du dich schon mal bedanken. Also sowas sollte man sich dann vielleicht auch überlegen, dass man da ein bisschen redundanter, äh, aufgestellt ist. Ja, es sind Schulen, was willst du denn erwarten? Ja, gut, äh, die sind froh, wenn, wenn sie ein paar Rechner irgendwie geschenkt bekommen. Also sowas zumindest bei meiner Berufsschule. Wollte gerade sagen, äh, Schule in Deutschland, Schule ohne Digitalisierung, Schule mit Overhead. Ja, hatten wir auch noch in der Berufsschule. Da wurden damals die, die, äh, Hexadezimale und so, das wurde damals in der Berufsschule alles hier über Overhead gemacht oder oder irgendwelche, ähm, ähm, Nachkommastellenberechnungen und Zeugs. Das hat damals noch unser, unser Kollege, der, ich nenne jetzt keine Namen, aber alle, die hier aus der Region kommen, der hat dann erste Stunde damals, sag, guten Tag, ich bin ja Deutschlehrer. Das war, war schon sehr witzig. Aber insgesamt, netter Lehrer und, äh, da gibt es auch lustige Anekdoten, aber der hat damals schön mit Overhead, irgendwann ging es dann Beamer und Whiteboard und so ein Zeugs. Gab es auch eine lustige Situation, jetzt Off-Topic vom Homeoffice mal, ähm, der, der fängt halt so an, ja, hier, ihr müsst immer, was wir ja auch öfters mal erzählen, hier mit Berechtigungskonzept und bla, ihr müsst auf jeden Fall immer, äh, an eurem Rechner einen Account haben, äh, für normale Office-Tätigkeiten und an einen, wo er euch nur einloggt, wenn er administriert, was macht er erst mal mit lokalen Admin auf seinem Windows-XP-Laptop erst mal vor den ganzen Schülern währenddessen das Passwort eingegeben. Ja, das ist schon, ist schon witzig gewesen. Naja, gut. Ähm, noch eine Kleinigkeit, um an der Lanze gegen die Digitalisierung zu brechen, ähm, für alle, dann brech mal. für alle Leute, die irgendwas in, äh, äh, Akquisation oder wie das auch immer heißt, äh, zu tun haben, Leute, schmeißt bitte keine Tafeln weg, also normale Tafeln. Die, die, die Kreidetafel ist, äh, für jemanden, der an der Uni war beziehungsweise, äh, für, für einen Schüler, äh, Gold wert. Bitte nicht alles über Rechner machen. Eine Tafel ist, äh, bitte behaltet sowas. Bitte. Okay. Würde ich jetzt so nicht unterschreiben, aber wenn du das sagst. Doch, für, für so, einfach so Zeug wie Mathematik und so weiter, wenn du mal Zeug anschreiben willst, das ist. Ja, aber wir hatten damals schon in der, in der fünften Klasse hatten wir damals schon so eine, so ein Whiteboard gehabt mit so einem, äh, Folienstift, wo du da wegwischen konntest. das ist, das sage ich eigentlich nichts gegen, dann halt eben Tafel analog, aber zumindest irgendein Ding wurde, ohne große technische Probleme, was an die Wand schreiben kannst. So ein Peter Zwegert Flipchart. Ja, meinetwegen stellt ein verdammtes Flipchart rein. Ähm, aber bitte habt irgendwas, wo man, äh, physikalisch was anschreiben kann, Leute. Ja, okay, das, das ist glaube ich, weil ganz ehrlich, diese Kreide, jeder kann sie noch an die siffigen Schwämme erinnern. Oh, dieser Geruch, oh, herrlich. Wenn du so, wenn du so einen Schwamm hast, der schon so, äh, Kreide, Kreide verseucht ist, dass du so eine als Backstein verwenden kannst, dann weißt du, deine Schule ist unterbezahlt oder die geben einfach nur einen absoluten Fick auf, Begele. Ja, oder dann, äh, wo dann so die Klassenassis dann immer den nassen Schwamm durchs Klassenzimmer geobrofen haben. Der ist schon immer gelb, was dann so richtig schwarz-braun. Ja, also ich glaube, da kann jeder, jeder Schüler in Deutschland da, äh, wirklich, äh, ein, ein Lied von singen. Ähm, so, äh, um das Thema jetzt noch abzuschließen, ich habe dann auch noch eine Anekdote zum Gesundheitsamt in Coburg. Da gibt es nämlich einen lustigen, ähm, Werbefilm auf YouTube, zum Contact Tracing, das Contact Tracing Team. Und da habe ich halt gedacht, naja, also ich meine im Prinzip, die telefonieren ja, also Contact Tracing, also die, die Kontaktnachverfolgung halt auf Deutsch, äh, mit wem du Kontakt hattest wegen Corona. Äh, und dann zeigen die ernsthaft in den Filmen, wie Leute in einem Großraumbüro eng an eng zusammen, zwar mit FFP-Masken, klar, aber eng an eng zusammensitzen, wo ich mir denke, ey Leute, dieser Job, den könnte man so easy ins Homeoffice auslagern, da müssten die nicht da zusammensitzen und irgendwelche Viren ausbrüten und ich glaube, den Telefonisten, erstmal würde man die besser verstehen ohne Maske, wenn sie im Homeoffice sitzen und zweitens mal ist es für die auch nicht angenehm wahrscheinlich mit Headset und mit einer Maske acht Stunden am Tag dort zu sitzen und mit Leuten zu telefonieren. Also, mir, also ich verstehe das nicht, ich bin da so ein bisschen, äh, sprachlos gewesen, wo ich mir gedacht habe, okay, es war nett, dass ihr ein Video macht und zeigt, okay, wenn ihr Corona habt, hey hier, wenn ihr hier anruft, dann machen die Contact Tracing mit euch und so sehen die Leute dort aus, aber bitte, ey, sowas kann man doch ins Homeoffice packen. Also, das ist typisch, ah, Deutschland irgendwie, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich gibt es da auch wieder Datenschutz oder irgendwas, dass es nicht im Homeoffice geht, äh, aber rein virologisch, hier kein Virologe und so, aber zumindest Hobby-Virologe mittlerweile, ähm, da, ich würde sagen, hey, bringt die Leute ins Homeoffice und das ist wirklich ein Job, wo mir nicht einfällt, weil die machen ja hier alles am PC, äh, warum sollen die das, warum sollen die dann in so einem, Peru zusammensitzen, verstehe ich nicht, aber das ist, das ist Deutschland, ne, also das ist wirklich Deutschland in, in Pandemiezeiten, alles verrückt, alle drehen am Rad, äh, und, und da gibt es die, die dollsten Sachen, das geht ja weiter mit den, mit den Impfproblemen, aber da kommen wir dann noch später mal dazu, äh, aber das hat mich wirklich umgehauen. Ja, aber Steffen, das mit den FFP2-Massen, da muss ich dir das auch nur sagen, von dem Gesundheitsamt weiden, wie das mit den Schulen, äh, abgeht, weil das Gesundheitsamt weiden sagt, naja, wenn ihr jetzt einen Corona-Fall in eurer Klasse habt, und ihr könnt alle sagen, dass ihr eine FFP2-Maske aufhattet, und 1,5 Meter Abstand gehalten habt, dann darf der sogar mit Corona im Klassenzimmer bleiben. Ja, aber, die Sache ist, wenn nur einer, eine medizinische Maske aufhat, so eine ganz normale Arzt, äh, Maske, dann müsst ihr alle nach Hause. Alles klar. Ja, also, das ist, äh, warum habe ich plötzlich physische Schnatzen? Ja, und da habe ich, äh, haben sich meine Eltern dann auch gedacht, ja, wenn es, die FFP2-Maske so gut ist, ja, warum haben wir denn momentan die ganze Wirtschaft runtergefahren? Ja, das ist, das ist eben die nächste Frage. Ich meine, äh, ich zweifle, ehrlich gesagt, jetzt auch nicht unbedingt an der FFP-Maske, aber ich finde halt trotzdem, man sollte halt trotzdem Kontakt, äh, vermeiden, wo es nur geht, äh, und, und vor allem nicht solche unnötigen Kontakte, wie dieses Callcenter da, und auch beim, äh, beim Homeschooling. Ich meine, gut, wir sind in sehr bequemen Situationen, äh, viele von uns, die halt da wirklich die Möglichkeit haben, auch bequem zu arbeiten, aus dem Homeoffice, äh, aber trotzdem, also ich finde halt schon, man sollte möglichst, äh, immer schauen, dass man solche Möglichkeiten auch ergreift, und, ähm, ich bin ja auch immer gegen irgendwelche Überregulierungen, deswegen bin ich auch so ein bisschen gegen, dagegen, dass man, dass man vom Gesetzgeber Homeoffice irgendwie gesetzlich verankert. Ich bin halt da immer noch der Meinung, da sollten doch die, die Unternehmer von sich aus auch ein Interesse da dran haben. Äh, also ich, das ist so ein Punkt, wo ich sagen muss, das verstehe ich nicht ganz, und schwierig, aber, ja, diese ganzen Regelungen, ganz ehrlich, ich blick schon langsam gar nicht mehr durch, äh, mit dem, ähm, mit wo ist jetzt was erlaubt, was ist verboten, und keine Ahnung, also, das ist auch was, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das geht vielen von uns so, dass wir, dass uns einen langsam so wirklich, ja, die nennen es ja auch schon in den Medien Corona müde, dass man halt einfach so, boah, schon wieder eine neue Regelung, schon wieder da was, auch das jetzt mit letzter Woche da mit der Kanzlerin, eigentlich möchte man sich gar nicht mehr drüber aufregen, das ist, auch wenn es eigentlich wirklich ein Armutszeugnis ist und alles, aber im Prinzip irgendwie ist mittlerweile so, ach, naja, es ist halt mal wieder irgendein Bullshit entschieden worden, gleich wieder weg und alles gut, also, das ist, weiß nicht, geht aber allen im Moment irgendwie so. naja, ähm, ja, wie komme ich jetzt von, andere Länder haben auch, haben eine Regierung, schwierig jetzt die Überleitung, äh, zu finden, ähm, ja, ne, andere Länder, oder, es gibt Länder, die finden sogar Bullshit in ihrem Quellcode. Ja, auf ihren, äh, in ihren HTTP-Gerüsten, nämlich beim, im Weißen Haus auf der Webseite, weil, äh, vielleicht an allen, die es noch nicht mitbekommen haben, äh, die USA hat einen neuen Präsidenten, nein, das ist nicht immer, ach was, nein, es ist nicht mehr Trump, es ist Joe Biden, und, äh, dementsprechend bauen die auch gerade wieder, wie bei jedem Präsidenten, wenn der neuer kommt, eben auch die Webseite um, und da hat ein findiger User, hat sich mal diesen, äh, HTML-Code ein bisschen näher angeschaut, und da gab es tatsächlich eine versteckte Nachricht. Ich lese den mal schnell vor. If you're reading this, we need your help building back better. Und dahinter steht dann so ein Link, und wenn man dann quasi drauf drückt, dann kommt man quasi auf so eine Bewerbungsseite von der, äh, äh, Seite des United States Digital Service, USDS. und, ja, das find ich auch ne clevere Art, um dann quasi Bewerber auf sich aufmerksam zu machen. Ja, ja, das ist genauso wie die, die ganze Recruiting-Werbung, wo dann irgendwie Quellcode zu sehen ist, oder so, oder Leute irgendwelche IT-Rätsel lösen müssen, in irgendeiner Form, in irgendeiner Form, keine Ahnung, IPv6-Subnetting oder so, ähm, nein, um die Telefonnummer rauszubekommen. Aber, hab ich noch nicht gesehen, aber es gibt, immer öfters bei so, so, ähm, wenn es um Anwendungsentwickler geht oder so, dann gibt's öfters mal, dass da irgendwie so ein Quellcode dann gezeigt wird, und man soll über diesen Quellcode dann, äh, äh, irgendwelche Bewerberdaten oder so, ist eigentlich ganz witzig, kann man machen, also, find ich jetzt nicht so, find ich eigentlich ganz piffig. Ist eine ganz coole Sache, ich bin, äh, hab da mal, da gab's ja auch vor, vor Jahren, mal dieses, Cicada 41, 91, irgendwie sowas, äh, also diese, diese ganze Think Tank-Rekrutierung und so weiter, wo man davon ausgeht, es war ja eigentlich eine, eine riesige, digitale und physische Schnitzeljagd, wo dann irgendwann im Nichts verlaufen ist, oder was ist im Nichts verlaufen, also, äh, es gab dann irgendeine Hinweise und das Internet hat sich wohl dann drüber gedacht, dass das wohl irgendwie von der CIA oder irgendeinem, so einem größeren Geheimdienst oder sowas war, also ich finde die Idee dahinter eigentlich nicht mal schlecht, weil du da halt wirklich Leute findest, die, ähm, Ahnung von ihrem Fach haben, oder, äh, zumindest Ahnung von dem Fach haben, wo sie vielleicht später mal, mal landen. Mhm, ja, kann man machen. Ähm, ja, was man, was man vielleicht nicht so machen sollte, oder was ein bisschen blöd gelaufen, ist, äh, wer zum Beispiel, ähm, VPN-Dienste genutzt hat, äh, wie zum Beispiel SuperVPN oder GeckoVPN oder ChatVPN, ähm, die sind nämlich gehackt worden, und, äh, über 20 Millionen Nutzerdaten aus diesen Diensten wurden abgegriffen, und, äh, und, äh, teilweise, ja, sind hochsensible private Daten da auch, äh, jetzt im Angebot und kann man sich da jetzt im, im Darknet shoppen, ähm, und besonders interessant ist halt, dass es so diese kostenlosen VPN-Dienste, also wo wir eigentlich auch immer öfters mal davor gewarnt haben und gesagt haben, Leute, äh, überlegt euch, was ihr euch da runterladet, also da, äh, viele Leute, wenn die kostenlos lesen, die blenden da völligen, äh, verstand aus und, und laden da irgendwas lustig runter, ähm, ähm, aber dass, das ja auch irgendwie finanziert werden muss, und Traffic ist sehr teuer, das habe ich jetzt erst gemerkt, wie ich, äh, mal bei Microsoft in Azure so eine VM paar Stunden hab laufen lassen, und dann gleich, äh, ordentlich Scheine löhnen musste für den Traffic, äh, das ist halt schon, Traffic kostet Geld, und da braucht man nun mal, um jetzt eine Analogie zu dem Privat, äh, zum Privatverbraucher zu finden, da braucht man nun mal die Telekom zu fragen, wenn ihr da mal ein paar Terabyte über LTE rundherst, unterladen wollt, da seid ihr arme Menschen, also entweder ihr klickt euch vorher, äh, eine Dayflat oder diesen, diesen unbegrenzt Tarif, aber wenn ihr das normal machen wollt, das ist ein teurer Spaß, und, äh, bei dem VPN-Dienst ist es zwar nicht ganz so schlimm, weil Rechenzentrumstraffic ist jetzt noch nicht so, aber er kostet auch Geld, und wenn da sehr viele Leute das Zeug nutzen, weil es Freeware ist, äh, dann kostet natürlich, äh, trotzdem noch ein bisschen mehr für den, für den Betreiber. Und dementsprechend bleibt vielleicht auch mal ein bisschen die Security auf der Strecke, oder man verkauft die Daten, oder man denkt drüber nach, die Daten zu verkaufen. Es gab auch welche, die haben zum Beispiel, also nicht alle der Gehackten sind jetzt Free-Anbieter, da gab es dann eben so Premium-Dienste, und wenn man da dann natürlich noch seine Kontodaten und solche Sachen hinterlassen hat, äh, dann, äh, waren die natürlich auch im, im Darknet, plus halt solche Sachen wie zum Beispiel Informationen, äh, über die Geräte E-Mai, oder diese, ähm, SIM-Karten-Nummern und solche Geschichten, Seriennummern, Modellname, gut, das sind so Sachen, wo viele sagen, ja, wurscht, aber auch Vor-Nachname, oder auch eben, ähm, ja, eben wann der Premium-Account, also was mit dem Premium-Account allgemein, äh, so, so läuft. Also das ist so ein bisschen, ähm, das Thema und was auch noch mitschwingt bei dieser ganzen Geschichte ist halt dieses Thema, wir loggen nix. Und da kam halt jetzt auch raus, äh, dass viele Anbieter, obwohl sie es gesagt haben, ja, wir loggen nix, was ja viel, die meisten, eigentlich sagt es jeder VPN-Anbieter, wir loggen ja gar nix, äh, und dann hat sich herausgestellt, ja, Moment mal, da ist ja trotzdem einiges gesammelt worden, und, ähm, ja, wie, ganz ehrlich, wie soll das gehen, äh, ohne, dass, dass die irgendwie Geld verdienen mit den Daten, wie sollen die dann, wie soll das gehen, wenn man nicht loggt, ne, also wie will man denn da, äh, die Daten dann auswerten und damit Geld verdienen, und, äh, das ist halt schon wieder mal so ein Ding, wo ich sage, wo man sagen kann, wir haben es doch gewusst, wir haben es euch doch gesagt, äh, und da sollte man genau überlegen, welchen Anbietern man da über den Weg traut, es gibt ja auch einen großen Anbieter, der mit, mit so einer, ja, mit so einem Gipfel im Logo, der macht ja im Moment sehr, sehr viel Werbung überall, und es gibt auch einige YouTuber, die auf diesen Anbieter, äh, also die, die praktisch eine Kooperation mit diesen Anbieter haben, auch leider YouTuber, die ich gucke, die ich für seriös halte, sogar eine große Computerzeitschrift macht mittlerweile für diesen Anbieter Werbung, der aber auch aus meiner Sicht jetzt nicht so, hm, den besten Eindruck macht, wenn man sich mal die Homepage anguckt und auch mal so ein bisschen querliest, was da im Kleingedruckten und in den AGBs und so weiter steht, und vor allem auch, was den Geschäftssitz angeht und den Serverstandort oder die Serverstandorte angeht, aber gut, jeder muss es selber wissen, was er nutzt, ähm, aber es gibt halt eben auch Anbieter, ähm, ja, den ich da auf jeden Fall mehr vertrauen würde, aber wie gesagt, persönliche Einschätzung muss jeder selbst wissen. Ja, mal wieder was zum VPN. Ja, dazu vielleicht noch eine kleine Sache, was ich immer bei so Zeug extrem bedenklich finde, ist halt vor allem, wenn dann sich Leute, äh, jetzt darauf verlassen, die vielleicht nicht unbedingt die technische Ahnung haben, äh, und dann denken, ja, äh, äh, Datenverkehr ist sicher und vielleicht auch irgendwelche Dinge, äh, die jetzt für den normalen Westeuropäer oder für den normalen Europäern jetzt nicht unbedingt verwerflich sind, äh, aber dann halt in manch anderen Ländern, äh, nicht unbedingt so gern gesehen, äh, dann fragt man sich halt auch immer so, ja, äh, okay, wenn die halt schon die, meine Daten normal verkaufen, was passiert dann, keine Ahnung, wenn ich irgendwo in Saudi-Arabien, äh, halt, keine Ahnung, homosexuell bin oder so und dann halt da mal irgendjemand sagt, ja, komm, äh, lass mal Daten rüberwachsen und dann halt da mitgelockt wurde, dann, äh, steht halt auch gleich mal die Geheimpolizei bei dir vor der Tür und, äh, ich glaube, dann kann sich jeder denken, was da abgeht und das sind halt so Sachen, da, da stellen sie mir die Nackenhaare auf. Ja, auch dieses Thema Anonymisierung, also viele Leute, die glauben gar nicht, wie, oder die, ja, sie verstehen halt nicht, dass die Anonymisierung ja nicht nur von der Netzwerkverbindung ausgeht, nichts anderes, ist ja der VPN, ist ja eine Netzwerkverbindung, aber es gibt ja auch so Sachen wie zum Beispiel, äh, Profiling und dass du halt, äh, Profile anlegst über Merkmale im Browser zum Beispiel, welche Schriftarten sind installiert, welche Auflösung hat der und so werden dann halt auch Profile angelegt, ähm, und so kann man Leute auch identifizieren, also man muss nicht unbedingt die IP-Adresse haben, um Leute wieder zu erkennen. Das Einfachste, was jeder kennt, mittlerweile auch durch die Medien, sind Cookies, ne, also über Cookies kannst du Leute überall tracken und, ähm, ja, auch so Anbieter wie Google, die haben ja einen riesen Datenschatz, dadurch, dass, sag ich mal, mindestens einmal am Tag jemand, äh, der im Internet ist, mindestens eine Seite aufruft, die irgendwas mit Google zu tun hat und wenn auch unterbewusst, durch Google Werbung, Google AdSense zum Beispiel oder Google Analytics, das ist ein Tracking-Tool, wo du an, deinen, deinen Webseiten-Besucher tracken kannst oder eingebettete Google-Schriftarten, Google-DNS-Anfragen, Google Mail, YouTube und so weiter und so fort, das sind jetzt die offensichtlichen Sachen, die von Google sind, aber Google hat so viele Dienste in der Hinterhand und hat einen riesen Datenschatz und, und das alles sorgt eigentlich dafür, dass eigentlich diese Anonymität im Netz, die wird immer schwieriger, von Jahr zu Jahr sich da anonym zu bewegen und nur ein VPN, hm, schwierig, aber wo ein VPN natürlich keine schlechte Idee ist es zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel mich in mein Firmennetz verbinden möchte, aber das ist eine andere Geschichte, das sind nicht diese VPN-Anbieter, die auf dem Markt sind und rumlärmen und Werbung machen, sondern das ist dann was Hausgemachtes, dass ich halt unterwegs auf meine Firmenserver komme, das ist nochmal eine andere Nummer, aber diese ganzen Dienste, gerade wenn die damit werben, hier völlig anonym, wir sammeln gar nichts und, ja, schwierig, wenn du dann auch noch siehst, der Anbieter sitzt in China oder sonst wo, ganz, ganz schwierige Nummer, halte ich immer persönlich Bauchschmerzen und das Gleiche, die Gleiche Diskussion hatte ich vor ein paar Wochen mal mit David bezüglich so einem Passwortmanager, ich glaube, das ist, die Firma heißt Anpass, bin mir jetzt nicht ganz sicher, nicht, dass ich denen jetzt, was, und die kommen aus Indien, die machen Passwortmanager, wo du deine Passwörter ablegen kannst und so, wo ich dann auch sage, da hätte ich so ein bisschen Bauchschmerzen, da meine Passwörter reinzuklingeln, in diesen Passwortmanager, also gibt es auch, sagen wir mal, Lösungen von renommierten Unternehmen hier, wo ich mehr vertraue aus Europa, aber gut, egal, so viel dazu, was auch, ja, was auch ein Sicherheitsproblem war, das ist, oder Sicherheitsproblem werden kann, ist, wenn man seine Passwörter auf YouTube online stellt und jetzt werdet ihr jetzt sagen, wer macht sowas und warum und weshalb, ja, und wie kann sowas passieren, also es kann passieren und es ist auch einem YouTuber passiert, der aus, wir haben damals den, 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 den einen YouTube-Kanal von dem vorgestellt, Udo und Wilke, also das, dahinter steckt der YouTuber Wilke Zierten, der eben da mit einem, einen Fußballverein in, in Norddeutschland begleitet mit der Kamera und so weiter und das ist halt schon ein bisschen Comedy und so weiter und der hat jetzt noch einen weiteren Kanal aufgemacht, der heißt Im Büro und da geht es halt um eine Handwerksfirma aus der Region dort vor Ort, also den, den Ronjo Hanning, den kennt man auch von dem, von dem Fußballverein, da ist der scheinbar auch irgendwie mit aktiv und so weiter, und der Wilke Zierten, der arbeitet dort scheinbar und der macht da so öfters mal, begleitet da so den Büroalltag, das hat so ein bisschen was von Stromberg und so, so ein bisschen halt und der hat jetzt in einem Video, hat er einen Zettel gefilmt auf dem Schreibtisch, wo das Passwort einfach drauf stand und jetzt kommt noch der Oberhammer, das war jetzt nicht einfach nur ein Passwort, sondern das war scheinbar der Domänen-Administrator von der kompletten Domäne und dadurch, dass die Firma Office 365 benutzt, konnte der Angreifer, der das für sich genutzt hat, auch noch auf die E-Mail konnten und alles zugreifen von außen und das war auf jeden Fall eine heftige Nummer und das kam der Firma teuer, also man kriegt in den Videos jetzt nicht die ganzen Informationen, vieles ist auch kombiniert, dadurch, dass man halt da mal ein Informationsstückchen bekommt und da mal und wenn man Windows-Admin ist, dann weiß man, wie dieser Angriff ungefähr funktioniert hat und vielleicht ist sogar jemand über VPN reingekommen, man weiß es nicht, so genau sagen die das nicht, aber wenn das Thema auch war, die E-Mail-Accounts von der ganzen Firma, dann muss das wohl oder übel ein Admin gewesen sein, der auch im Office 365 Minimum-Exchange-Admin-Rechte hat, um dann auch an Postfächer ranzukommen, also das ist schon eine Nummer gewesen, auf jeden Fall, also Leute, immer drauf achten, wenn ihr YouTube-Videos macht, achtet drauf, dass nicht unbedingt eure Passwörter auf einen Zettel irgendwo und schon gar keine, also gar keine AD-Admin-Kennungen oder so irgendwo hinlegen als Zettel, also unabhängig, ob ihr jetzt YouTube-Video macht, am besten gar keine Zettel, da gibt es gute Passwort-Manager-Lösungen, sollte man drüber nachdenken, gibt es auch kostenlose. Oder räumt den Scheiß wenigstens vorher weg. Räumt den Scheiß weg, genau. Da gab es auch mal was da irgendwie in, ich weiß nicht mehr, welche Firma das war in Deutschland, irgendwas, das war auch irgendwas mit Security, ich weiß, ich bringe es jetzt nicht mehr zusammen und da war dann, also es wurde Fernsehbeitrag, irgendwie ARD, Tagesschau oder so und im Hintergrund waren Zettel mit dem WLAN-Passwort an der Wand gehängt. Das ist halt auch geil, vor allem, wenn du halt Security-Zeug machst. Unter Umständen ist es vielleicht sogar hoffentlich nur das Gäste-WLAN, aber es kann natürlich sein, dass es auch, ja, dass es eben auch das richtige WLAN war, das PC-Netz sozusagen. Ja, was, wenn wir schon beim Thema Funk-Kommunikation sind, was auch interessant ist, dass jetzt die Telekom und Telefonica zusammenarbeiten, das soll wohl scheinbar jetzt den O2-Kunden so ein bisschen helfen, weil O2 ist ja praktisch der Brand von der Telefonica und Telefonica ist so der Mutterkonzern von O2, so hätte ich es auch sagen können und da ist scheinbar was im Gange. weil das kommt nicht nur Telefonica O2 zugute, sondern auch der Telekom, weil zusammen, also die liegen quasi an ausgewählten Orten legen sie quasi ihre Funk-Netzwerk-Technik zusammen. Das nennt sich die grauen Flecken. Die grauen Flecken sind letztendlich, wie steht es hier, das sind Flächen, in denen nicht alle Anbieter einen mobilen Netzzugang haben, sondern bloß ein paar. also und quasi durch das Zusammenarbeiten hat dann quasi jeder der Partner quasi gutes Netz dort. Da ist auch was Interessantes, es gibt auch die weißen Flecken, die weißen Flecken, das sind Gebiete, da ist überhaupt nichts, also da bist du funktechnisch komplett abgehängt und da gibt es seit 2019 eine Kooperation zwischen Vodafone, Telefonica O2 und der Telekom. Da haben sie bis jetzt knapp 6.000 neue Funkmasten errichtet, die sie miteinander teilen. Da ist halt die Frage, warum nicht gleich so. Also in anderen Ländern ist das schon länger der Fall und bei uns hat das jetzt so lange gedauert und ich meine, es ist ja auch irgendwie, also wenn man, ganz ehrlich, wenn man mich vor 30 Jahren gefragt hätte, so alt bin ich noch nicht, noch nicht, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, Leute, warum macht man das mit dem Internet nicht so wie zum Beispiel mit der Stromversorgung oder mit Gas, dass du einen Grundanbieter hast, der sich um das Netz kümmert, der ist dann wiederum staatlich. Viele wissen, dadurch, dass ich Unternehmer bin, ich finde es nicht gut, wenn zu viel verstaatlicht wird, aber zumindest das, die Grundversorgung, hätte ich staatlich gemacht, so dass alle eine gewisse gute Grundversorgung haben und wenn man es damals schon mal anfängt, dann eben gleich Glasfaser und die Dienste, die auf dem Netz sind, die Providerdienste, die wären dann wieder privat und da hätte dann jeder sich draufschalten können gegen eine gewisse Gebühr und da wäre dann ein gleichberechtigter Markt dort gewesen, so ist es ja im Strombereich zum Beispiel, eure Stadtwerke, Gemeindewerke, wie auch immer, die stellen oder Großkonzerne in manchen Regionen gibt es ja zum Beispiel Bayernwerk, E.ON, RWE, wie so alle heißen, die großen halt und die stellen das Netz bereit und darauf kann sich jeder Stromanbieter, auch Gasanbieter, kann sich da drauf tummeln und kann seinen, den Wettbewerb einfach ausleben, so und das wäre aus meiner Sicht beim Internet auch das Beste gewesen und beim Mobilfunk sowieso, so und dann hätten wir jetzt hier auch keine drei Anbieter, die sich gegenseitig konkurrieren beziehungsweise die Telekom spielt ja ein bisschen außer Konkurrenz, weil letztendlich ist die Telekom ja fast ein staatliches Unternehmen, weiß auch nicht mehr jeder, die Telekom, da hat der Staat eben die Aktienmehrheit an der Telekom, das heißt im Prinzip gehört die Telekom, das ist wie die Deutsche Bahn, die gehören im Prinzip dem Staat und letztendlich so richtigen Wettbewerb haben die eigentlich im Prinzip nicht, dadurch, dass die halt auch mit Mitteln oder mit teilweise Methoden arbeiten, die schon äußerst fragwürdig sind und dann auch wiederum den Stadtwerken und den Regionalversorgern und so weiter Konkurrenz machen und die können da natürlich nicht mithalten mit dem riesen Konzern Telekom, was denen natürlich das Leben schwer macht und natürlich auch wieder dafür sorgt, dass der Breitbandausbau nicht so vorangeht, wie es eigentlich sein sollte und das sind so Sachen, wo ich mir denke, das hätte man viel früher mal erkennen müssen, manche Länder haben das so gemacht, das funktioniert, aber in Deutschland wollte man halt unbedingt hier Telekom und damals noch Deutsche Post und so weiter und dann gab es halt natürlich auch noch Konkurrenzunternehmen, wie damals noch die D2 Mannesmann, so hießen die ja früher mal, Vodafone, oh Gott bin ich alt und Telefonica, ich meine es gab ja früher noch E+, die Älteren werden sich erinnern, die haben sich ja irgendwann fusioniert, O2 und E+, war ja damals auch ein Riesending, aber diese Diskussion hätten wir jetzt nicht, wenn es einfach ein stabiles Netz gäbe und das würden sich halt eben die Anbieter teilen und sowas ist ja möglich technisch, das ist ja keine Utopie sozusagen, aber gut, naja, wir gehen mal über zum nächsten Thema, mir fällt jetzt keine Einleitung, naja gut, wir sind ja schon bei der Politik, was Politiker ja auch gern machen, ist ja Sachen regulieren, so und irgendwie Internet, da wird gerne drauf gehauen, das haben wir ja bei Artikel 13 gesehen und mit den Upload-Filtern und so weiter und das gleiche droht uns jetzt mal wieder, diesmal sogar aus Bayern von Herrn Seehofer, ja den gibt es wirklich noch, der arbeitet scheinbar auch noch in der Politik, man mag es kaum glauben und der hat jetzt so einen feuchten Traum gehabt und leider ist der schon ein bisschen mehr Realität geworden, als einem das lieb ist, der möchte nämlich eine Personalausweispflicht für E-Mail und Messenger einführen und da geht es ihm um die anlasslose Personenvorratsdatenspeicherung und da soll man praktisch, wenn man sich irgendwo bei einem Messenger, wenn man sich, was weiß ich, WhatsApp runterlädt oder die gehen es sogar so weit, sogar bei Skype, Signal, Streamer, Telegram, iMessage, Facebook Messenger und so weiter und so fort, dass man, wenn es um TK-Dienste geht, dass man sich da vorher mit einem Personalausweis registrieren muss, ansonsten kann man diesen Dienst nicht nutzen. Also völlig, völliger Sockenschuss, anders kann man es nicht sagen, wie kann man denn auf so eine Idee kommen, also für mich, aus meiner Sicht völlig überzogen, vor allem, was man ja auch nicht vergessen darf, die Leute sind ja auch nicht blöd. Also wenn jetzt, zum Beispiel bei E-Mail geht es ja weiter, wenn ich bei Web.de oder bei GMX, um mal ein paar deutsche Anbieter zu nennen oder t-online.de und wie sie alle heißen, Mail.de gibt es auch noch und ein paar andere hier beliebigen deutschen Mail-Anbieter einsetzen, wenn man die nimmt und muss sich dann da erst mit einem Personalausweis verifizieren und so weiter und so fort, da sagt man doch irgendwann, ey, jetzt habe ich keinen Bock mehr und was macht man dann? Natürlich, man nimmt einfach einen ausländischen Anbieter und schiebt dem die Daten hinten rein und kann den dann ohne diesen riesen Aufwasch nutzen und das werden auch viele Leute machen, die gar nichts zu verbergen haben im Prinzip. Also auch wenn man das eigentlich nicht hat, aber Leute, die von sich behaupten, sie hätten nichts zu verbergen, die werden dann auch sagen, ach komm, da gehe ich halt zu Yahoo oder wie sie alle heißen oder zu Mail.ru, weil da muss ich diesen ganzen Scheiß nicht ausfüllen und da muss ich dann meinen Perso nicht und wir haben wieder Daten gesammelt für nix und wieder nix und sind wir mal ehrlich, Leute, also jemand, der irgendwas vorhat, der wird wohl kaum sich eine Gmx-Mail-Adresse klicken oder bei, 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 was weiß ich, WhatsApp schreiben. Also, das ist völlig, völlig absurd mal wieder. Oder wie seht ihr das, bevor ich jetzt wieder... Dann fange ich mal an. Also ich glaube, wie man ja vorhin bei mir schon gehört hat, dass ich, also bei sowas, da dreht sich mir alles. Ja, also das sowas ist, das ist absolut idiotisch. Vor allem, gehen wir mal davon aus, das Ding kommt und wir sperren alle anderen Mail-Anbieter und Zeug und es geht gar nichts mehr. Also du musst. Dann hast du entweder A, die Alternative, die wahrscheinlich dann ich machen wäre, also ja, alles runter und dann wird halt nur noch, dann komme ich halt nur noch bei Leuten vorbei und bevor sich irgendjemand fragt, nee, ich habe nicht vor, irgendwas in die Luft zu sprengen. Also, es ist so blöd, es klingt aber, ich sehe mich auch als eine von den Personen, die nichts zu verbergen hat, aber durchaus verbergen will und, ähm, sowas geht überhaupt nicht. Wir sind doch eigentlich im Moment, das ist zumindest mein, mein, ähm, wie soll ich sagen, meine Meinung, wir haben im Moment eigentlich einen, einen recht guten Stand mit unserem aktuellen Internet. Ja. Es funktioniert alles, ähm, der Hate Speech, der ja immer gern, ja, groß an die große Glocke gehängt wird, der ist jetzt nicht so groß, wenn man, wenn man so ein bisschen drauf achtet, wo man sich tummelt und was man im Internet macht, Stichwort Medienkompetenz, dann ist das eigentlich alles völlig okay. Wenn man dann in Richtung Terrorismus geht und Kriminalität, ähm, ähm, da muss man dazu sagen, dass das, äh, dass die Zahlen ja eigentlich immer weiter zurückgehen und wenn man sich das mal anguckt, ähm, ja, es passieren Anschläge, aber so viel sind das jetzt im Verhältnis auch nicht, nicht falsch verstehen, jeder Tode ist tragisch und alles, keine Frage. Und einer zu viel. Und einer zu viel. Aber wenn man das mal im Verhältnis setzt, was man hier an Freiheit aufgibt und, äh, sag ich mal, dieses betreute Denken von den Politikern, was da wieder mal mit reingeführt wird, also man muss sich wirklich gut überlegen, hätte ich sowieso, äh, gut überlegt, die CDU nicht zu wählen, ohne jetzt hier eine politische Debatte anfangen zu wollen, aber wir haben Artikel 13, wir haben die Maskenaffäre jetzt, wir haben diese, diese Gedankenspiele vom, vom Seehofer und so weiter, da wird ziemlich viel gerade von der eigentlichen, ja, von dem eigentlichen Gedanken, äh, von den eigentlichen Gedankengüssen dieser Politiker wird eben gerade sehr viel nach außen transportiert, finde ich. Da zeigen viele gerade so ihr wahres Gesicht, was jetzt nicht heißt, dass in anderen Parteien auch Korruption und was weiß ich herrscht. Keine Frage, ich bin davon überzeugt, dass jede Partei irgendwelche Dödel irgendwo hat, die irgendeinen Scheiß bauen, auch die Grünen, falls jetzt Leute schreiben wollen, die Grünen aber nicht, auch die Grünen, bin ich völlig davon überzeugt, aber das ist was, wo ich mir sage, völlig unkompetent, was Internetthemen angeht, äh, das ist einfach völlig daneben und vor allem, sie schädigen ja damit auch der Wirtschaft. Die CDU möchte sich ja auch immer gern darstellen, dass sie ja auch für die Unternehmen da sind und so weiter. Ja, was macht denn dann eine, eine 1&1 in Deutschland, um mal einen großen Anbieter zu nennen oder einen halben Staatskonzern, nennen wir mal Strato, der wurde ja unter dem letzten Video auch kommentiert, Strato gehört zur Deutschen Telekom, ähm, ist halb, mehr oder weniger staatlich und so einem Unternehmen schadet man dann oder auch der T-Online oder der T-Systems und so weiter, weil die ganzen Leute sagen, ja, dann gehe ich halt zu Google oder zu sonst welchen Anbietern, die eben nicht davon betroffen sind, um da außenrum zu kommen. Also ich sehe das hochkritisch, auch wirtschaftlich hochkritisch. Wir schaffen und wir haben sowieso weltweit gesehen sehr viele Defizite im Bereich, äh, ja, ähm, Digitalisierung und so weiter und, äh, wir schaffen uns da noch mehr Defizite rein durch solche Regulierungen. Also meine Meinung. Ja, ja, du schadest ja und halt nur der Wirtschaft so nach ganz einfach mal dem Volk, wenn du es so siehst. Das ist ja, äh, damit machst du dir ja keine Freunde. Also das ist, äh, das kannst du mir nicht erzählen, dass die, die, ich sage jetzt mal, die graue Masse dann, äh, dir aus Freude die Bude einrennt, so auf die Art, ja, äh, ach, äh, jetzt haben wir mal, haben wir wieder, äh, bisschen mehr Freiheit aufgegeben, aber, äh, ich kann eine fröhliche Nachts, äh, als, keine Ahnung, Frau oder, äh, schmächtiger Kerl, nachts durch die, äh, kaputte Innenstadt laufen, ohne Angst haben zu müssen. Äh, das wird nicht passieren. Das wird nichts bringen. Damit schädigst du ja eigentlich nur der Regierung und dir selbst und das ist halt auch wieder so ein Ding, das treibt halt dann die Leute in die Fänge von irgendwelchen Vollidioten. Ob es jetzt links oder rechts oder, äh, sonst irgendjemand ist, damit, äh, Irgendwelche radikalen Geschichten halt. Ich wollte gerade sagen, damit torpedierst du eigentlich im Grunde die eigentliche Sicherheit, die du damit aufbauen willst. Genau. Das, äh, ja, und, äh, das ist halt auch so ein bisschen Klientel, äh, Politik bei der CDU, CSU, dass du da halt Leute hast, die halt auch das Internet nicht verstehen, ähm, die die wählen und sagst, ja, das Internet, das muss reguliert werden, da muss man was dagegen tun und die Jugend von heute und bla und, und diesen Leuten spielst du halt dann da mit in die Karten rein, aber was halt eben, äh, der Herr Seehofer scheinbar nicht versteht und auch einige Leute aus der Partei nicht, dass diese Leute, ähm, nicht die Zukunft sind, so hart wie das klingt, aber dieses Problem ist bald biologisch gelöst bei den Leuten, die so denken, weil die wird's in ein paar Jahren nicht mehr geben und die, die Jugendlichen oder die jungen Erwachsenen jetzt oder die im mittleren Alter sind, die wird's dann treffen, die werden diese Entscheidung dann mittragen müssen und das glaube ich, das verstehen diese Leute nicht und das ist, das Ding ist halt, ich möchte da jetzt kein, keine böse Absicht unterstellen, weil unter Umständen reicht da Unwissenheit oder Dummheit auch aus, ne, das ist so das Thema, aber das ist sowas, was mich halt einfach wahnsinnig ärgert und das wird jetzt so im Schatten von Corona so durchgepeitscht, diese, äh, TKG, also Telekommunikationsgesetz-Novelle, ähm, die will man da einfach mal durchdrücken, also unser, unser geschätzter YouTube-Kollege, der Christian Solmecke, Rechtsanwalt Christian Solmecke, der hat das ja auch schon mal in einem Video aufgearbeitet, der, äh, Chef von dem E-Mail-Anbieter Posteo, denn, das ist so ein relativ, wie soll man sagen, ähm, datenschutzorientierter Mail-Anbieter aus Deutschland, möchte jetzt keine Werbung machen, ähm, ich weiß auch nicht, wie gut der in ihr Service ist, aber zumindest schreiben sie sich das auf die eigene Fahne, ähm, der hat ja dazu auch schon Stellung genommen und hat gesagt, also das ist absolut, äh, das kann man nicht machen, das funktioniert nicht, vor allem, wenn man dann, ähm, weiterdenkt, du musst ja dieses Thema, ich denke jetzt mal von Anbieterseite her, wie bei Kurs-Offer-Use-Services, Hashtag Werbung, wir machen, wir bieten ja auch, äh, Hosting an und wir bieten hauptsächlich natürlich für Unternehmen und so, auch Mail-Dienste an, ähm, ähm, oder, ähm, oder auch andere Server-Dienste, Provider-Dienste, wenn ich jetzt jedes Mal, wenn ich einen Vertrag mit einem neuen Kunden abschließen möchte, erst mal mit dem, mit seinem Perso das abprüfen soll, erstens mal, wie, wie muss man das machen, vielleicht gibt es dann da wieder irgendwelche Kartenleser, dann muss ich dann irgendwelche Schnittstellen bauen mit meiner Software, dann muss es irgendwie, äh, registriert werden, dokumentiert werden, die Daten werden erhoben und mein Leitsatz ist ja immer, Daten, die nicht erhoben werden, können auch nicht missbraucht werden und das ist da auch wieder so ein Thema, wenn jeder popelige Internetanbieter von mir meinen kompletten Perso und alles irgendwo hat, das ist ja eigentlich nicht zielführend und wenn die Daten dann irgendwie mal abgegriffen werden, oh, naja, ist ja nicht so wichtig, aber wir haben, wir haben dafür mehr Sicherheit, nix haben wir, nix haben wir gewonnen, aber gut, ich glaube, du bist so ruhig, wie siehst du denn das Thema? Das ist ja relativ kritisch, aber ich muss auch mal sagen, ja, wofür brauchst du denn überhaupt diese Ausweispflicht? Ich meine, wenn man jetzt von den ganzen Messagern, du meldest dich mit deiner Handynummer normalerweise an und jedes SIM mit seiner Handynummer ist irgendwo bei einem Anbieter hinterlegt, der deine Daten hat, also wenn man letztendlich jemanden wirklich aussperren will und dann Namen verknüpfen will, dann muss ich doch eigentlich doch bloß zu den Anbieter hingehen. Ja, vor allem, was ja auch noch, also richtiger, valider Punkt eigentlich, da sieht man auch, dass der Herr Seehofer seine eigenen Methoden nicht versteht, es gibt ja auch diesen Staatstrojaner und dann brauche ich ja gar nichts machen, das heißt, wenn ich jetzt jemanden irgendwie abhören möchte, dann haue ich dem diesen Staatstrojaner auf sein Gerät und dann ist es ja völlig egal, ob der bei SREMA ist, bei Signal, dann greife ich die Nachrichten direkt beim Gerät ab und dann brauche ich gar keine Transportverschlüsselung oder auch keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, weil wenn ich auf dem Endgerät selber mit einem Trojaner sitze, dann habe ich das sowieso gewonnen als Angreifer und wenn es jetzt in dem Fall staatlicher Angreifer ist, dann habe ich damit auch gewonnen. Also diese ganze Geschichte ist eigentlich völlig unnötig und ich glaube halt, er versteht es einfach nicht. Ich glaube, er versteht nicht, was er damit auslöst. Ja, vor allem stell dir jetzt mal vor, du hast jetzt irgendein Telegram, irgendein WhatsApp und du musst dann erst mal ein Post-Ident-Verfahren machen. Da gehen dir doch die Leute auf die Barrikaden. Kannst du mir doch nicht sagen, also kannst du mir doch nicht sagen, dass die Wähler dann wirklich so Freude, so jubeln, dann sich an die Politiker wenden und sagen, ja, danke dafür, dass sie uns da irgendwie den Stock zwischen die Beine geworfen haben. Ja, um da gleich mal eine Verschwörungstheorie mit reinzuwerfen. Die Post ist ja auch staatlich, Post-Ident. Ein Schäme, wer Böses denkt. Damit wird ja auch wieder Geld verdient. Dadurch, dass ja dann, das kostet ja, das kostet ja dem Anbieter, wenn ich jetzt als Internetanbieter, als Startup-Unternehmen irgendeinen Dienst anbiete, einen Cloud-Dienst, die Rede ist ja auch von anderen Kommunikationsdiensten, also sind da zum Beispiel auch Cloud-Dienste mit drin in der ganzen Nummer, dann muss ich sowas auch anbieten. Hier unser Anbieter, den wir vor Jahren mal interviewt haben, Lucky Cloud zum Beispiel, deutsches Cloud-Unternehmen, bieten da Alternative gegenüber Dropboxen, wie sie alle heißen. Ist ja jetzt egal, ob die gut oder schlecht sind, aber die gibt es halt. Wenn die dann jedes Mal für jede Identifizierung, auch wenn sich jemand nur einen kostenlosen Account klickt mit 5 Gigabyte Speicher oder so, weiß nicht, wie groß der ist, das ist nur am Rande, aber mal als Beispiel, da müssen die dafür natürlich trotzdem Geld an diesen Anbieter, der diese Verifizierung durchführt, abtreten. Und das kostet auch wieder Geld. Aber das ist ja nur der Mittelstand in Deutschland oder die kleinen Unternehmen, von denen kann man es ja nehmen. Aber die Großkonzerne, da wenn was ist, da gehen die Lobbyisten auf die Barrikaden, dass es nur so kracht. Also das ist wieder mal so eine Geschichte, typisch CDU, CSU, unglaublich, was da wieder abläuft und das kann man nicht, das kann man nicht beschreiben. Da kriegst du echt einen Hals. Also ich bin mal gespannt, wir haben jetzt ziemlich abgeraged alle drei bisher. Georg, kannst gleich noch was sagen, was ihr dazu sagt, liebe Zuhörer und Zuschauer. Vielleicht findet einer ja noch was, wo er sagt, hey, das ist der Game Changer. Deswegen sollte man das unbedingt einführen. Aber mir fällt da nichts ein, nichts Sinnvolles, ehrlich gesagt. Naja, du könntest halt dann bloß her sagen und wenn halt jemand wirklich rassistische Sachen macht, jetzt nehmen wir mal an, weiten wir das aus auf Facebook, dann weißt du halt, dass halt der Hans-Jürgen quasi da irgendwelche rechtsextremistischen Sachen verbreitet. Das könntest du dann schon. Ja, aber gut, aber weißt du das nicht eh? der ist ja dann über eine Mail und was weiß ich, ja klar kannst du da dich halbwegs anonymisieren. Aber die andere Sache ist halt, A, wenn du einen Hass-Posting ist ja doch durch Moderation eigentlich meistens relativ gut in den Griff gehalten. Und die andere Sache ist, ich gehe jetzt mal davon aus, wenn der jetzt nur irgendwelchen rassistischen Bullshit oder so postet, dann ist das zwar blöd, aber wenn der jetzt, keine Ahnung, plant irgendwie eine, keine Ahnung, Synagoge oder eine Moschee anzugreifen, dann hast du doch als Staat oder als Geheimdienst ganz andere Möglichkeiten, darauf aufmerksam zu werden. Also ich gehe jetzt mal ganz einfach davon aus, wenn ich jetzt, keine Ahnung, sagen will, ich zünde die nächste Kirche an, dann fällt es doch auf. Die Folge, ob die durch die Upload-Filter geht, mit diesen ganzen Keywords. Nein, nee, aber klar, also sowas ist, das ist doch nochmal eine andere Geschichte. Und ganz ehrlich, mich hält doch auch nichts davon ab, dass ich zum Beispiel, wenn ich sowas vorhabe, meine eigenen Server betreibe. Und die muss ich ja nicht in Deutschland betreiben. Also ich sage mal so, jemand, der irgendwas plant, der wird sich wohl kaum bei Strado einen V-Server klicken, oder so, oder bei 1&1, sondern, oder in die Telekom-Cloud gehen, sondern der wird wohl irgendwo sich so eine Kiste hinstellen, mit eigenen Public- und Private-Key den ganzen Scheiß verschlüsseln, so, und dann kann der Staat da gar nichts. So, und dann ist da, da ist null Zugriff von der, von den Ermittlungsbehörden erstmal, bis sowas dann ausgehebelt wird. Ich meine, sowas gibt es schon, dass sowas ausgehebelt wurde. Oder allein, wenn du überlegst, wie lange dieser Cyber-Bunker, wir haben ja selber darüber berichtet in dem einen Podcast, wie lang der am Netz war und keiner was machen konnte, weil das einfach verschlüsselt war. Letztendlich die einzige Lösung, die es da gab, war auf menschlicher Seite, nicht auf technischer Seite. Die haben einfach einen Beamten dort eingeschleust und der hat dann intern ermittelt. So, aber die ganze, dieses ganze Thema von außen angreifen, von außen hacken, whatever, völliger Bullshit, funktioniert in den seltensten Fällen, wird uns keinen, jetzt sag ich mal ganz hart, keinen Toten wieder zurückbringen von einem Terroranschlag oder irgendwas. Das bringt nur was, wenn du halt wirklich auf menschlicher Seite operierst. Erstens mal in Deutschland mit Bildung, was ja auch immer schwieriger wird, dass man eben die Leute bildet, bevor sie in solche Kreise abrutscht und die Leute halt nicht irgendwie, halt einfach aufklärt über die Thematik. So, und dass die Leute ein bisschen wachsamer sind, was die Leute treiben, das ist auch ganz gut für die Gemeinschaft, aus meiner Sicht und weniger das Digitale, da muss man überwachen, da muss man regulieren, da muss der Staat mehr. Völliger Quatsch. Das ist aus meiner Sicht völliger Quatsch und das sorgt, wie Tobi das vorhin ja auch schon richtig gesagt hat, das sorgt dafür, dass die Leute halt genau das machen, was passiert, dass dann einfach radikaler gewählt wird, egal ob auf der rechten Seite oder auf der linken Seite oder vielleicht sogar noch irgendwelche Sachen vorbereitet werden, die mit den Parteien, die wir kennen, noch gar nichts zu tun hat, sondern auf ganz anderen Veranstaltungen eben abgeht und es gibt ja auch Organisationen, die sind sehr rechts oder sehr links und die haben noch nichts unbedingt mit einer Partei zu tun. So, und dass da was passiert. Also völlig falsches Signal an die Bürger. Ich befürchte halt, dass die ältere Wählerschaft, die sich damit nicht auskennt, also wahrscheinlich, wenn ich meine Oma fragen würde, die würde vielleicht dem Herrn Seehofer sogar noch recht geben, weil ihm wird ja die ganze Zeit eingebläut im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wie schlimm das Internet doch ist und nicht nur Cyberkriminalität, sondern auch hier für die Umwelt ganz schädlich, obwohl mittlerweile so viele Rechenzentren mit Ökostrom laufen und was weiß ich alles, aber völlig egal, Internet ganz, ganz schlimm und die würde dann wahrscheinlich sagen, hier, Seehofer hat recht, wir müssen da was machen und diese ganzen Anschläge und was da alles passiert, aber dass das halt in der Relation gesehen und klar, das ist eine heftige Rechnung, aber die muss man da halt mal machen und wissenschaftlich sollte sowas auch erlaubt sein, ja, dass das mal sagt, ey, unterm Strich bringt uns das eigentlich gar nichts, außer mehr Daten, mehr Missbrauch, mehr Geld, das auch wieder zum Start zurückfließt, wie wir jetzt vielleicht ausgearbeitet haben mit dem Postident-Verfahren oder auch mit irgendwelchen Kartenlesern, die dann gekauft werden müssen für den Personalausweis zum Einscannen und was weiß ich alles. Ja, du kannst ja dein Handy verwenden mit einem e-Perso, das haben sie im Moment, das haben sie mittlerweile relativ gut gelöst, also der ist... Ja, aber die Schnittstelle kostet ja auch Geld für den Shop-Betreiber. Das ist das Problem, du brauchst dann wieder diese Schnittstelle, die da einbinden kann und wie du schon gesagt hast, du musst es ja auch irgendwo sicher lagern. Und wer bezahlt das Ganze? Im Endeffekt bezahlt es der Kunde wieder, wenn wir bezahlen bei einem Online, das verstehen auch viele Leute nicht, wir bezahlen, wenn wir irgendwo einkaufen für solche Sachen, bezahlen wir das mit bei dem Online-Shop. Das heißt auch, das Thema, das habe ich auch immer ganz gern bei unseren Kunden, wenn dann so ist, ja, wie bezahle ich denn bei euch am besten? Am besten ist es bei uns immer per Überweisung, weil da verdient kein Paypal mit, kein Stripe mit, kein XY-Zahlungsanbieter, gut, Wirecard gibt es jetzt nicht mehr, aber da verdienen dann halt eben diese ganzen Bezahlanbieter, Klarna oder Klara oder wie die heißen, gibt es ja auch noch, die verdienen da nichts mit dran. Das Einzige, was man halt trotzdem als Geschäftskunde bezahlen muss, ist für die eine Überweisung, aber das ist immer noch am günstigsten im Vergleich, also Kontoführungsgebühr, Geschäftskonten muss man pro eingehender Überweisung bezahlen, also falls es Leute nicht wissen und da verdienen wir dann eigentlich immer noch, haben wir am meisten, anders verdienen kann man ja nicht sagen, aber da haben wir am meisten von dem Betrag, der uns da überwiesen wird bei einem Artikel, wenn jemand was bezahlt, wenn jemand über Paypal bezahlt zum Beispiel, da gehen über 10%, je nachdem, muss man jetzt auch mal gucken, aber so 10% gehen da schon weg oder auch bei den anderen Zahlungsanbietern von der Summe, die da eigentlich, und das muss natürlich auch mit drauf gerechnet werden, weil man muss ja davon ausgehen, als Unternehmer, als Shopbetreiber, wie auch immer, dass jeder Anbieter mit Paypal bezahlt, im Worst Case, also du musst immer den teuersten Zahlungsanbieter rechnen und dann sagen, okay, diesen Preis kann ich verlangen, auch wenn jeder Paypal benutzt oder jeder mit American Express bezahlt, muss man immer vor Augen haben und das ist das Thema jetzt auch mit den, mit diesen ganzen, ja, mit dieser Verifizierung, da muss ich dann sagen, okay, ich muss jetzt Geld verlangen, um dieses, diesen Mechanismus, diese Schnittstelle, die ich vielleicht sogar selbst programmieren lassen muss oder wie auch immer, die kostet ja alles, alles kostet Geld, Niemand verschenkt als Programmierer Zeit, das ist einfach so und das muss alles bezahlt werden und ich meine, wenn der Staat das bezahlt, okay, aber das zahlt ja auch der Steuerzahler, jeder von uns zahlt diese ganzen Bürokratie-Wahnsinn mit, also völlig daneben, okay, ich glaube, Ja, noch eine Sache, was ist, wenn du dir jetzt deinen eigenen E-Mail-Server, musst du von jedem, den du da anlegst, musst du sagen, hey, du Kumpel, komm mal her, ich brauche deinen Personalausweis, was macht dann so eine Privatperson? Das wird noch interessant, also da, das greift ja dann, würde ja, wenn man das Ganze regulieren würde, würde das ja dann auch wieder bedeuten, Netzneutralität steht auch wieder auf der Kippe, dass man sagt, okay, man darf keine eigenen Mail-Server mehr betreiben, ja, das treibt dann natürlich wieder die Leute zu den Großkonzernen, was natürlich auch für unsere eigentliche Wirtschaft nicht gut ist, wenn, wenn alle Leute ihre Konten bei Google haben oder alle ihre Mail-Konten bei Microsoft haben, das ist nicht gut, wirtschaftlich gesehen, jetzt nur mal bei E-Mail, Cloud-Dienste, da können wir natürlich auch weitermachen, das ist wirklich eine entscheidende Frage, also auch der Linus Neumann, das ist ja der Sprecher vom Chaos Computer Club, der sagt ja auch, das ist eigentlich ein beispielloser Angriff auf die Freiheit des Internets, also, ich weiß nicht, da sind wir dann schon in der Region, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt China, aber das geht schon steil in die Richtung und das ist was, wo ich sagen muss, das macht einen schon ein bisschen Angst, dann kommt noch Artikel 13 dazu mit den, oder 17 oder was auch immer, die Upload-Filter, die ja auch noch mitkommen und da wird da noch reguliert und Daten blockiert und was weiß ich alles und gefiltert und vor allem, das ist halt wirklich eigentlich eine reine Blendgranate, das bringt halt überhaupt nichts das Thema, das ist halt völlig umsonst wieder Bürokratiekosten erzeugt und vor allem, was auch noch, darf man auch nicht vergessen, Anbieter wie Facebook zum Beispiel, wenn man die dazu verpflichtet, die freuen sich ja sogar noch, weil die haben ja die glückliche Situation oder TikTok zum Beispiel, die haben die glückliche Situation, dass die User ja dort unbedingt hinwollen und keine Alternative haben, weil jeder dort ist und die freuen sich drüber, dass sie dann die Daten noch bekommen, dass sie jetzt wissen, wer hinter Pixelmonster 93 steckt oder hinter was weiß ich Creeper-Dingsbums, dann wissen die, dass das hier der Jason Pascal ist und seine Minecraft-Crew, die dann da irgendwie auf Instagram oder TikTok unterwegs sind, also Facebook wird sich freuen, definitiv, die kriegen noch mehr Daten und ja, also ist schwierig und was ich halt auch nicht verstehe, diese Begründung mit das noch vielleicht am Rande mit Google noch auch mit Vorratsdatenspeicherung und so weiter, es gab ja jetzt diesen Fall mit Lübcke, der da ermordet wurde und wir hatten es in der Pre-Show ja auch schon, die Polizei hat ja auch über Google-Anfragen ungefähr herausgefunden oder einen Tatverdächtigen über Google-Anfragen wahrscheinlich sogar überführt, weil scheinbar entweder vor der Tat unmittelbar oder nach der Tat Kopfschuss gegoogelt wurde, dort aus der Region, aus dem Bundesland und man hat dann geguckt, okay, im Monat wird in dem Bundesland vielleicht zweimal danach gegoogelt oder in der Woche oder wie auch immer für gewöhnlich und dann auch zu den und den Zeiten und so weiter und dann hat man über Wahrscheinlichkeitsrechnung dann eben halt ist man zu dem Entschluss gekommen, dass diese Anfrage wahrscheinlich von einem, nicht vom Mörder vielleicht, aber von einem Tatbeteiligten, weil das damals noch nicht mal in den Medien war und dann haben die gesagt, das ist Täterwissen oder Mitwisser von dieser Tat auf jeden Fall und so sind die da auch weiter vorgegangen und das ist ja eine Geschichte, die fällt ja auch an ohne diesen ganzen Perso-Scheiß, der da außenrum ist und ich weiß jetzt nicht, ob ich das so, ob das überhaupt notwendig ist, wir haben mittlerweile ja schon sehr viele Möglichkeiten, natürlich wünscht sich die Polizei immer mehr Möglichkeiten, nur irgendwo ist auch mal eine Grenze, wo man sagt, jetzt geht es einfach zu weit und das ist aus meiner Sicht hier auch gegeben und wenn das selbst solche Leute wie der Solmecke sagen als Rechtsanwalt, wo er dann sagt, also irgendwo, er ist zwar auch dafür, dass man hier Straftaten aufdeckt und so weiter und so fort und Täter bestraft, wenn irgendwas ist, aber irgendwo ist eine Grenze, wo man sagen muss, ey, da geht es nicht weiter und da muss man halt dann auch mal damit leben können, dass man Straftaten nicht aufklären kann, das ist eine bittere Erkenntnis, aber ist halt dann einfach so, dass man, wenn man nicht alle, man kann nicht alles aufdecken, das geht nur, wenn man ein totalitäres System hat, dann kann man, okay, aber dann möchte ich hier auch nicht mehr leben, ehrlich gesagt, in Deutschland, weil das geht zu weit. du kannst halt nicht einfach jeden unter Generalverdacht stellen, so quasi, ich laufe jetzt alles von allen mit, weil ich denke, dass jeder von euch ein potenzieller Verbrecher ist. Und selbst dann funktioniert das ja auch wieder nicht, weil du dann so eine riesige Daten-Kakophonie hast, die du, das ist übrigens ein echtes Wort, ja, und das beschreibt es auch, die du dann einfach nicht mehr filtern kannst. Also das ist, wenn du dann von allen deutschen Bürgern, da muss ein T-Shirt draus werden, ich mach weiter, ich, wenn du dann die ganzen Daten durchfiltern willst, dann fällt dir auch einfach allein durch die Möglichkeiten, die du hast, Zeug durch den Raster. Da kommt er dann, wir hatten es ja in der Pre-Show davon, ich mach Pen & Paper und Zeug und da googelst halt dann auch mal, keine Ahnung, keine Ahnung, Dienstgipfelhöhe von irgendwelchen Kampfhubschraubern oder so Zeug. Und, keine Ahnung, dann wird es mit anderen Zeug verknüpft, weil du bei, keine Ahnung, bei Arma irgendwas gegoogelt hast oder für Arma und Zeug. Und dann, ja, okay, dann stehen sie halt plötzlich mal bei mir vor der Tür und so, ja, Herr Ponzel, kommen Sie mal mit. Genau, jetzt hier mal, bei den Amis, die würden gar nicht anklopfen, die stürmen rein, dann kriegst du einen Kartoffelsack über den Kopf und dann geht es raus. Und die andere Sache ist, das will ich vielleicht nochmal hinzufügen, für alle Leute, die sagen, ja, das ist ja eigentlich eine ganz coole Idee, damit können wir Hassverbrechen und so weiter viel besser bekämpfen. Ja, momentan geht es noch, aber dreh die ganze Sache einfach mal um. Das hängt momentan alles an der Definition bei uns, was so ein Hate Speech und so weiter ist. Dreh das vielleicht mal um mit einer nicht ganz so offenen Gesellschaft. Dann wird halt, keine Ahnung, plötzlich mal aus Hate Speech, weil du öffentlich irgendwelche anderen Meinungen vertreten hast, die momentan noch als d'accord gelten. Und dann sind wir wieder in Zeiten, die ich in Deutschland eigentlich nicht zurückhaben möchte. Ja, also das ist echt ein Problem und da muss auch, muss man auch mal gucken, wie weit man da überhaupt gehen kann. Also es ist wirklich ein schmaler Grat und ich finde eigentlich, dass wir in Deutschland die aktuellen Freiheiten, die wir haben, die sind sehr gut und die sollte man auch als gut ansehen und als, ja, beschützenswert, bewahrenswert, wie auch immer, ansehen. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen die Wertschätzung bei den Politikern irgendwie gesunken. Aber das hast du ja immer wieder, wenn irgendwo mal ein Terroranschlag passiert oder irgendwas, dann muss sofort irgendwas rausgeblärrt werden. Wir müssen da besser überwachen und da müssen wir, und ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt, ich meine, ich kann das auf gar keinen Fall irgendwie nachvollziehen, aber ob das auch wirklich die Familien der Opfer überhaupt hören wollen. Ich weiß es nicht, ob man in so einer Situation überhaupt so was hören wollen würde oder ob einem das einfach scheißegal ist, weil man sagt, ja, das bringt mir aber meinen geliebten Menschen auch nicht zurück und ob das überhaupt was gebracht hätte. Aber das ist halt dann so einfach, um einfach mal wieder ins Gespräch zu kommen mit den Medien und jetzt ist halt das Gefährliche, dass vielleicht der Seehofer da noch irgendwie was raus, ja, rauskakophonieren möchte, was, was weiß ich, wo er sich selbst ein Denkmal setzen möchte, kurz bevor er dann in den Ruhestand geht. Der soll mal lieber zu seiner Modelleisenbahn gehen in den Keller, da passiert auch nichts, da kann er schön weiterbasteln, sei ihm ja gegönnt. Mein Vater, der wäre froh, wenn er jetzt schon seine Modelleisenbahn bauen könnte und in Rente wäre vielleicht, aber das soll er, soll er dann das selber mal machen. Er kann das ja auf jeden Fall finanziell machen, aber es ist unglaublich. Gut, wieder was gelernt und wenn es nur das Wort Kakophonie ist, das ist wirklich ein, das ist schon fast ein T-Shirt wert, ein Merchandise-T-Shirt, Datenkakophonie. Ja, gut, schwieriges Thema, ich hoffe halt, dass der Widerstand, dass der Widerstand im Netz und auch vielleicht sogar durch Lobbyisten unserer deutschen Internetunternehmer, vielleicht noch irgendwie, also wenn Lobbyismus was bringen kann, dann vielleicht bei solchen Sachen, also für den Bürger bringen kann oder, ich meine, da hängen ja auch Arbeitsplätze dahinter, das darf man ja auch nicht vergessen. Also wir machen uns unsere deutsche Internetwirtschaft kaputt mal wieder, ja, und die anderen reiben sich die Hände und freuen sich, dass mal wieder Arbeitsplätze da kaputt gegangen sind in Deutschland. Hat man ja bei Photovoltaik hat man das Gleiche ja auch. Ja, was ist jetzt die Quintessenz? In Deutschland wird eigentlich nichts mehr produziert, das ganze Zeug kommt alles aus China. Ja, schwierig. Aber gut, man wollte ja nachhelfen als Politik. Ja, manchmal ist halt so eine Überregulation halt auch mal nachteilig. Aber Photovoltaik wird jetzt teilweise wieder in Deutschland hergestellt. Es gibt wieder einzelne Anbieter. Gott sei Dank. Georg, ich würde sagen, das Thema Photovoltaik, das behandeln wir nochmal in einer anderen Folge, weil das wird für mich jetzt ja auch konkret, weil wir haben nämlich sowas vor und da wollte ich auch mal drüber berichten über das Thema Photovoltaik, weil es ist absurd. Also wenn man sich da ein bisschen informiert, aber das, wie gesagt, das sprengt jetzt den Rahmen hier. Genau, kommen wir doch zum nächsten absurden Ding, wenn die E-Mails, die man verschickt, einfach gar nicht mehr ankommen wollen und keiner weiß recht, wieso. Da gab es nämlich den Fall, dass so eine ganz bekannte DNS, ne, Spam-Filterliste, die gerne von irgendwelchen großen E-Mail-Anbietern verwendet wird, dass halt der Anbieter, also Cisco, vergessen hat, diese Domain zu verlängern und jetzt hat es auf quasi so eine allgemeine Domain-Seite hingeleitet und dadurch haben quasi diese ganzen Spam-Filter gesagt, okay, dann blocken wir halt einfach jede Mail. Ja, und das Tolle ist ja, wo wir wieder beim Thema Cisco sind, natürlich kommt diese Blacklist auch bei den Cisco-Produkten zum Einsatz, das heißt, wenn eine Firma sich einen eigenen Mail-Server irgendwo hingestellt hat, unabhängig vom Personalausweis, dann werden da auch alle Sachen blockiert, also man kann diese Blocking-List, es gibt ja diese, wer in dem Mail-Thema nicht so drin ist, der weiß das vielleicht nicht, aber es gibt ja zentrale Datenbanken, wo Spam-IP-Adressen gepflegt werden und das sind halt diese RBLs, nennen sich das glaube ich, Abkürzung, fragt mich jetzt nicht, was das ausgeschrieben heißt, kann jeder selber googeln, auf jeden Fall werden da solche Informationen gespeichert und Spam-Cop ist der eine, dann gibt es auch Spam-House zum Beispiel oder dann gibt es auch größere Internet-Provider, die solche Spam-Listen pflegen und ja, und Cisco hat eben diesen Anbieter auch gekauft und es gibt auch Security-Hersteller, Barracuda zum Beispiel bietet auch so eine öffentliche Spam-List an und so, das ist nun mal am Rande und ja, und wenn man da nicht drauf achtet, das ist auch so ein Ding, wie kann ich denn als so ein Konzern vergessen, meine Domain zu verlängern, dass sie abläuft, also, also ist jetzt nicht so, dass es bei Curso4U noch nie vorgekommen ist, aber mittlerweile haben wir das im Griff und ich sag mal so, bei so einer, bei so einem Anbieter, bei so einer Riesenfirma muss das doch irgendeiner auf dem Schirm haben, also das ist, oder es ist so wie bei SSL-Zertifikaten, wo es einen gibt, der sich drum kümmert, weil die anderen keinen Bock auf die Scheiße haben und der hat es dann irgendwann bekommen, ja, SSL-Zertifikate ist, wer Admin ist, der weiß, dass das immer so ein Thema ist, die Dinger zu beschaffen und so weiter und so fort, die Dinger überall einzupflegen und im Business-Bereich kannst du ja auch nicht überall Let's Encrypt verwenden und so, gerade für Sachen, die halt jetzt nicht draußen sind oder die gar keinen Let's Encrypt unterstützen, dann müsstest du alle drei Monate oder so das Zertifikat austauschen, also völlig, völliger Humbug, aber solche Dinger passieren. Ja, soviel zum Thema Spam-Liste, mal wieder Cisco. Ja, mal wieder Microsoft Ignite, das ist ja sozusagen so eine, ja, was ist denn das, eine Hausmesse von denen, wo die halt Neuigkeiten vorstellen und, ja, Tobi, was gab's denn da bei der Ignite 20, da gab's einiges, da gab's einiges, aber ich möchte mich jetzt, ehrlich gesagt, mal nur ein bisschen auf die Hybrid-Lösungen, weil das hat so ein bisschen den Charakter, dass das so ein bisschen im Mittelpunkt standen hat, mal ausnahmsweise eine Sache, wo ich Microsoft mal sagen muss, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, was wir da hatten und es geht praktisch da drum, dass es so ein bisschen ihr, ja, auch wieder dieses, dieses Skype for Business ablösen, also dass hier Microsoft Teams Connect eingeführt werden soll, das verheiratet so ein bisschen konzernübergreifend die Teams-Sache, also dass man jetzt zum Beispiel Unternehmen A auch mit Unternehmen B über Teams kommunizieren kann, ähm, ich weiß, dass es teilweise schon irgendwie funktioniert, ja, hätte ich eigentlich auch gedacht, aber vielleicht, ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das noch erweitert wird, das steht jetzt hier auch, wo ich hab's nicht so wahnsinnig gut drin und ich hab mir die Ignite nicht angeschaut, ne, das ist ja die Pressemitteilung, die wir hier haben von der Ignite und da hat Microsoft ja schon zusammen gedampft, eben, also von daher, das ist eigentlich nicht mal eine schlechte Idee, äh, äh, ähm, dass man da durchaus die Kommunikation ein bisschen erleichtert und jetzt sind wir mal ehrlich, äh, ich glaub so ziemlich jedes Unternehmen hat irgendwo, äh, Microsoft im Einsatz und mit 365, äh, wird es auch, ähm, denke ich ganz gut einfach die Kommunikation, ähm, regeln, dann auch noch so ein paar Sachen wie interaktive Web, äh, Webinare mit 1000 Teilnehmern, ähm, 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 was da nun endlich, äh, schlussendlich kommt, das sind halt auch immer so die, die guten alten Sachen vom Pressebericht zum, äh, 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 echten Software Release, da, äh, äh, wird einem, da ist der grüne Klee versprochen und ach wie toll, äh, und, äh, ich hab jetzt auch gelernt, äh, 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 also das PowerPoint ja mittlerweile gar nicht mehr modern ist, wenn man hip ist und zum Beispiel von einer kreativen Agentur kommt, dann arbeitet man jetzt lieber mal wieder mit Flipchart oder mit, mit Post-its und, und so, weil das ist ja viel, viel interaktiver und viel fanziger als mit einer PowerPoint da um die Ecke zu kommen. Also gibt's mittlerweile schon Unternehmen, die mittlerweile den Schritt von PowerPoint wieder zurück machen und sagen, ah, jetzt macht jeder PowerPoint, jetzt ist es auch nicht mehr cool, jetzt müssen wir wieder zurück, zurück zur, zurück zur Tafel und zurück zum Whiteboard. Es kommt halt davon, wenn man die ganzen Hipster, äh, in, in die, äh, in die Marketingabteilung setzt. Ja, nee, hab ich auch schon erlebt, dass dann jemand angefangen hat, hier wieder schön die Kreidetafel rauszuholen, also nicht rauszuholen, aber dass er dann halt hier lieber malt und, und, und Zeug. Ja gut. Was ich auch noch grad sehe, das hab ich aber vorher auch noch nie gehört, äh, dass da irgend so eine Employee, Experience Platform, Microsoft Viva angekündigt und aufgebaut werden soll. Das klingt mir, das klingt, das klingt mir aber verdammt so, als ob da irgendwie ein Businessmensch was zusammengewürfelt hat, um, keine Ahnung, äh, äh, das ist doch wichtig. Einfach mal zu schauen, ob man mal, äh, LinkedIn oder irgendwelche solchen Leuten vor den Bug schießen können, was wahrscheinlich auch in ein paar Jahren wieder eingedampft wird, aber, ja, ja, wobei man, man muss sagen, natürlich hat's mal rausgehauen und vielleicht kommt dir trotzdem was bei rum. Ja, man muss aber auch sagen, ähm, das Thema LinkedIn, also, ich war am Anfang sehr skeptisch, aber unter Microsoft hat LinkedIn nochmal ordentlich zugenommen und, äh, wenn man jetzt mal, ich weiß, es gibt Leute, die halten von beiden Plattformen nix, von Xing und von LinkedIn, aber wenn man sich mal LinkedIn im Vergleich zu Xing anguckt, hat sich LinkedIn halt trotzdem weiterentwickelt und, und ist mittlerweile schon so, dass, dass Facebook unter den Businessnetworks, äh, und, äh, funktioniert aus meiner Sicht besser als, als, äh, Xing, aber das ist nur so persönliche Präferenz jetzt mal. Ähm, ja, was, was ich auch interessant finde, so bei, ähm, Security-Aspekte, ist halt auch so die passwortlose Authentifizierung in Azure Active Directory. Das ist auch so eine Geschichte, die vielleicht viele schon lange, äh, gewollt haben, dass man eben keine Passwörter mehr eintippen muss und, äh, sich eben anderweitig authentifizieren kann oder, dass es jetzt eine, eine neue Bedrohungsanalyse, oh, das wird manche Zuschauer von uns freuen, für den Windows Defender gibt, ähm, und, äh, dass es verbessert wurde und, ähm, ja, auf neue Schwachstellen auf Firmware-Ebene prüft, zum Beispiel, ähm, das sind so Sachen, die ich halt jetzt interessant finde. Ähm, ich denke mal, Tobi, so das Thema Microsoft Dynamics müssen wir jetzt nicht weiter eingehen, das ist ja Buchhaltungsgedöns, das interessiert keinen ITler. Ich würde jetzt mal behaupten, äh, die Leute, die es interessiert, die hören jetzt, die wissen es auch so, die wissen es auch so und die hören jetzt, glaube ich, uns auch nicht zu, also es sei denn, äh, schreibt, könnt ihr mal schreiben, seid ihr mehr, also macht ihr das ganze, äh, äh, EDV-IT-Sachen so ein bisschen nebenher, gibt ja auch Leute, die dann, keine Ahnung, äh, sagen, okay, ich arbeite normal in der Buchhaltung, mach das aber halt noch nebenher für einen Fußballverein und dann interessiere mich privat dafür, gibt ja auch genug, äh, Aber Dynamic, also, da möchte ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster nehmen, ich wollte gerade sagen, das ist ein, ein schwieriges Thema. Äh, denke ich mal, alles auch so ein bisschen, äh, weder, also, äh, von unserer Kompetenz entfernt. Ja, genau, da ist zur Not, müsste man deinen Vater da einfach mit dazu holen. Nee, nee, der hat mit dem Zeug, äh, schon lange nichts mit zu tun. Aber seine Firma hat damit auf jeden Fall. Ähm, Microsoft Power Automate Desktop ist jetzt für Windows 10, äh, NutzerInnen ohne zusätzliche Kosten verfügbar und AnwenderInnen, da haben wir wieder das Gegender, in der Pressemitteilung, äh, können mit RPA-Funktionen, also Robotic Process Automation, zeitaufwendige und manuelle Arbeiten einfach automatisieren, also Power Automate, wer das noch nicht kennt, das ist ein Tool aus der, äh, Office 365 Suite, wo man halt, wie der Name jetzt hier schon sagt, oder der Beschreibungstext, Dinge automatisieren kann. Also zum Beispiel, wenn diese E-Mail reinkommt, dann mach mir bitte diesen, keine Ahnung, dann kopiere diese E-Mail in das OneDrive an diese Stelle oder, äh, wenn, ähm, dieser Ordner hier, äh, größer ist als so und so viel Megabyte, dann schick mir eine Mail oder solche Sachen, das kann man da alles machen, was man halt früher irgendwie über, ja, über Skripte gemacht hat, ähm, die Nerds, äh, über Skripte gemacht haben, kann jetzt der Office-Anwender halt über Clicky-Bunty, über solche Abfragen, in der Webkonsole zusammenklicken, ist manchmal ganz nett, weil man kann zum Beispiel halt auch, ähm, so Themen mit Microsoft Teams verheiratet, also dafür nutze ich das ganz gerne, dass ich irgendwelche Alerts mir in Teams rausgeben lasse, ähm, man kann auch sein Monitoring-System in Teams reinhängen, das führt jetzt zu weit, aber das habe ich auch gemacht, ist auch ganz nett, äh, dann nutzt man halt Teams auch für solche Geschichten, und, ähm, ach ja, und es gibt jetzt Microsoft PowerX, das ist eine Open-Source- und Low-Code-Programmiersprache, genau das Richtige für den Tobi, nee, Spaß beiseite, die auf Microsoft Excel basiert, durch die Verwendung von Formeln, die bereits hunderte von Millionen von AnwenderInnen vertraut sind, ermöglicht PowerFX einen breiten Spektrum von Menschen, von GeschäftsanwenderInnen bis hin zum professionellen EntwicklerInnen, ihre Kenntnisse bei der Entwicklung von Low-Code-Lösungen einzusetzen. Also ihr könnt dann praktisch in, in Excel könnt ihr dann irgendwelche lustigen Sachen programmieren. Ah, das tut weh. Das wird lustig, wenn dann Anwender sich melden, da haben sie irgendwas programmiert und jetzt soll die IT da mal weiterhelfen. Also, da, äh, das wird passieren. Also, so als Entwickler, ey, Leute, was habt ihr da geraucht? Das tut weh. Dieser ganze Paragraf, der tut mir echt im Herzen weh, Leute. Ja, aber ich glaub, Power Automate, das verstehst du noch. Das hast du auch als Entwickler, das macht Sinn, aber... Power Automate, da muss ich sagen, das ist eine ganz schniege Sache. Vor allem nimmt es A, auch ein bisschen Druck von den Entwicklern weg, was du halt vielleicht früher eben über Skripte an die Entwicklungsabteilung geben musstest. Kannst du heute, kann das ein technisch versierter oder ein Admin mit ein bisschen Programmierkenntnis sich selber zusammennageln und auch vielleicht jetzt kann das auch mal die, man sagt, so ein bisschen Mail-Automatisierung kann mir jetzt auch vielleicht mal so eine, so ein, ja, normaler Büroanwender, also keine Ahnung, dass man sagen kann, okay, ich nehme jetzt alles, das von, keine Ahnung, HR kommt und schiebe mir das dahin und das Ganze alles ein bisschen, ja, ein bisschen klarer und ein bisschen verständlicher für den jetzt eben Nicht-Techniker. Das ist ja, muss man dazu auch wieder sagen, Microsoft, diese ganzen Office-Sachen sind halt, wenn man es so will, sind die wahnsinnig, also zumindest was es so klingt, wahnsinnig anwenderfreundlich designt. Das ist ja auch wieder, was das nimmt, ja, Druck von den Entwicklern weg, um sich wirklich um Probleme zu kümmern, die du halt auch als Entwickler dich drum kümmern musst, die du halt nicht irgendwie einem anderen geben kannst. Ja, auch so, also was ich jetzt als klassischer Sys-Admin halt wirklich cool finde, sind so Geschichten, dass ich halt sagen kann, wenn so eine E-Mail reinkommt, die so heißt, von dem Absender mit dem Betreff oder mit dem Text, dann erstell mir da mal eine Aufgabe. So, der Klassiker ist, ich kriege eine E-Mail Backup fehlgeschlagen. So, dann erstellt er mir da eine Aufgabe, kann es auch sagen, erstell mir die Aufgabe, setz die auf Priorität hoch und dann macht er das und dann weiß ich, okay, E-Mail ist schon wieder ausgefallen, muss ich, äh, E-Mail Backup, muss ich mich ums Backup kümmern. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ne, also kann man mit beliebigen Sachen machen. Das muss ja noch nicht mal eine E-Mail sein, das kann auch irgendwie was anderes sein, was man über einen Connector abfragen kann und das ist halt schon wirklich eine feine Geschichte und ich glaube halt schon, dass das so, wie sagt man so schön, ein Game Changer ist für Office 365 und sowas gibt es halt jetzt auch für den Desktop, deswegen durchaus interessant, ähm, was man vielleicht noch so ein bisschen mit anführen kann, es soll jetzt auch spezielle, äh, Branchenlösungen geben für die Cloud, also für Finanzdienstleister, für die Fertigungsindustrie oder auch für Non-Profit-Organisationen, äh, gibt es dann eben, oder auch für das Gesundheitswesen, Handel, ähm, gibt es dann eben eine, eine eigene Cloud-Lösung, wie auch immer die aussehen soll. Für Schulen gibt es ja sowas schon, ähm, das Office 365 für Schulen sieht teilweise ein bisschen anders aus, klar, die, die, ähm, die Code-Basis sozusagen ist die gleiche, aber, ähm, da wird halt dann eben noch, werden noch Sachen reingeschraubt, Georg, du hast ja glaube ich schon mal erzählt, irgendwie so, so Hausaufgaben, tafelmäßig oder so, gibt es da Sachen in, in Dingen, also, oder eben andere Sachen, ich meine, du hast ja ein bisschen den Vergleich, äh, dass es dann doch schon ein bisschen abweicht vom eigentlichen Office 365. Ja, so ein bisschen, aber das sind direkt so eingebundene Apps, also, es unterscheidet sich nicht groß, also, es ist halt bloß die Verfügbarkeit von diesen Apps. Ja, genau. Ja, das ist ja, ich meine, man muss ja das Rad nicht neu erfinden, unter Umständen macht es die Sache ja nur teuer, wie wir vorhin schon an der Lösung von der Hamburger Polizei erarbeitet haben, dass es halt wirklich, wenn du halt alles nochmal neu erfindest, es macht halt keinen Sinn, warum soll man da nicht vorhandene Schnittstellen nutzen? Und, ja, ansonsten, äh, muss ich sagen, ist jetzt die Ignite jetzt, jetzt nicht so revolutionär, vielleicht außer diese neue Programmiersprache. Wenn du es eben noch einmal Programmiersprache nennst, komme ich zu dir. Nee, aber auch diese Konnektivität mit Teams ist halt auch eine feine Sache. Und Teams hat halt schon jetzt durch, muss man wirklich sagen, durch Corona schon einen ganz schönen Aufwind erzeugt. Das wäre wahrscheinlich nie passiert ohne diese Pandemie. Also, wahrscheinlich in Deutschland nicht. In anderen Ländern denke ich schon. Aber in Deutschland wahrscheinlich nur bei den Großkonzernen. Und so kleine und mittelständische Unternehmen, die hätten, ja, das wäre dann nichts. Die hätten weiterhin klassisch telefoniert und so und weiterhin klassisch gemailt. Aber, äh, so Chat und so, weiß ich nicht. Es ist ja mehr als Chat. Es ist ja mittlerweile, kannst du damit so viel machen. Es ist Kollaboration im Team. Es ist, äh, Benachrichtigungsplattform, Planungsplattform. Kannst ja da alles reinschrauben, reinnageln an Apps, die es so für die Plattform gibt. Ähm, ist schon krass, wie sich das entwickelt hat. Äh, hat alles Vor- und Nachteile. Also, ich habe teilweise schon Probleme bei, ähm, bei Teams manchmal Sachen zu finden, weil einfach so viel da rein rauscht, wenn du da noch so Abteilungskanäle hast und hier noch ein eigenes Team und da noch einen Channel und da noch irgendwas und ist schon heftig, aber, äh, sicherlich, äh, trotzdem ein gutes Tool. Und, äh, mal gucken, wie das dann weitergeht. Gut, ich glaube, zu Ignite haben wir jetzt schon genügend erzählt. Ähm, ich wollte noch mal kurz auf das Thema OVH-Brand eingehen. Wir hatten ja da eine Sonderfolge gemacht, die war damals mit David und mir. Ähm, und da haben sich jetzt noch so ein paar Sachen ergeben. Ähm, also einmal ist das Thema noch mal die Brandursache, ähm, da ist das Thema noch mal aufgekommen. Also es sieht wohl jetzt offizielle Stellen so aus, äh, dass es wohl um, äh, USV-Anlagen ging. Da gab es eine Wartung, das hatten wir ja schon mal, äh, im Podcast erwähnt. Und diese, ähm, USV-Anlage muss wohl da ursächlich mit gewesen sein, beziehungsweise, ähm, die Feuerwehr hat halt die, ähm, anhand der Wärmeentwicklung kam dann halt raus, okay, der Brand muss wohl da irgendwie entstanden sein. Und jetzt geht es natürlich an den Wiederaufbau. Und das ist halt auch, äh, auf der einen Seite natürlich heftig für die Firma, aber ich finde es halt auch wahnsinnig interessant. Das Thema Disaster Recovery gehe ich jetzt nicht im Detail ein. Also wer sich dafür interessiert, der guckt sich einfach den Tech Talk 36 an. Äh, da haben wir wirklich eben, also wir haben zwei Stunden über zwei Themen geredet. Also jeweils eine Stunde, einmal die Exchange-Lücke, ähm, äh, und einmal das Thema OVH-Brand. Und, äh, da ging es halt dann auch darum, wie mache ich mein richtiges Backup-Konzept und wie, äh, gehe ich mit solchen Worst-Case-Situationen richtig um? Wie bereite ich mein Unternehmen darauf vor? Deswegen gehe ich da jetzt auch nicht weiter drauf ein. aber da kam jetzt zum Beispiel auch noch raus, ähm, ja, dass das, äh, wohl teilweise auch jetzt, ähm, wie soll man sagen, illegal dort lagernde Bitcoins und so weiter mit betroffen waren. Also das ist jetzt wirklich schon in dem Reich der Verschwörungstheorien, aber das hat man so munkeln hören und da gibt es halt jetzt Stimmen, die sagen, naja, das ist geplant abgebrannt, das Rechenzentrum. Und dadurch, dass die USV-Wartung am Tag davor auch noch war von einem externen Techniker, äh, könnte man natürlich sagen, okay, das war alles geplant und so weiter. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es gibt wohl einen, ähm, Spiegel-Online-Bericht, wo es wohl darum ging, dass da aus irgendwelchen Drogengeschäften oder irgendwas, äh, dass da, ähm, ja, wohl auch Server in dem OVH-Rechenzentrum mit, äh, betroffen waren und dass man da irgendwas abfackeln wollte, um Beweise zu vernichten. Ähm, ja, reine Spekulation, ich sag mal so, wir halten uns da lieber mal an den Fakten. Es könnte natürlich schon gewesen sein, aber jetzt sieht halt trotzdem alles danach aus, dass es eben Brand in der USV-Anlage gab und ich meine, dass der sich dann so schnell ausbreitet, weil viele Leute, ja, wie kann denn das so schnell, äh, ja, Leute, erstens mal, Technik dort sehr eng, da, da die ja möglichst viel Geld verdienen wollen, ist die Technik wirklich sehr eng verdichtet auf einem kleinen, engen Ort. Dadurch, dass das nach oben gebaut ist, wie so ein Turm, ist das ja wie ein Kamin, wenn es da unten brennt, das zieht schön nach oben, das gibt ein ordentliches Feuerchen da drin in dem Rechenzentrum, naja, und dann, wenn du halt keine Löschanlagen in irgendeiner Form implementiert hast, ähm, weil du das Geld sparen wolltest und dann auch noch auf einer Holzkonstruktion aufbaust mit deinem Rechenzentrum, das sind alle so Faktoren, die begünstigen das nicht gerade und bei so einem Anbieter, wenn der dann halt auch noch sehr kosten, äh, wie sag ich mal, kostensensibel tätig ist, dann kann es natürlich auch sein, dass die Kühlung nicht die beste ist, das heißt, du hast da drin sowieso schon mal eine höhere Raumtemperatur, ähm, also alles so Faktoren, die da mit reinspielen, ähm, deswegen, ich glaube, wir sind da jetzt, äh, schon trotzdem um einige schlauer geworden, viele Leute sind da jetzt ein bisschen aufgewacht, äh, was das Thema Hosting angeht oder allgemein Rechenzentren, ähm, ja, und jetzt der Aufbau oder dieses Desaster-Management, was OVH da betreibt, ist jetzt auch interessant, das läuft nämlich lustigerweise hauptsächlich über Twitter, der Geschäftsführer von, äh, OVH, der Twitter, der öfters mal, ja, wir haben jetzt die und die Server da, also, wahrscheinlich nicht in dem Ton, aber jetzt haben wir die Server hier wieder ans Netz gebracht, jetzt kommt das, dann werden ab und zu mal irgendwelche Bilder veröffentlicht von irgendwelchen, ähm, ja, vom, vom Rechenzentrum, welche, welche Serverreihen jetzt dran sind und so weiter, und was halt auch heftig ist, die Rechenzentren, die an dem Standort außenrum waren, die sind ja auch alle außer Betrieb, ähm, weil natürlich die ganzen Server innen drin gereinigt werden müssen, die sind alle voller Ruß und so weiter und die lassen natürlich vernünftigerweise die Server jetzt nicht einfach an und so, ja, wird schon passen, weil dann haben sie nämlich die nächsten 10.000 Server, die, ähm, den Geist aufgeben, ähm, sondern die werden erst mal gereinigt und dann gehen die erst wieder in Betrieb und, ähm, ja, es gibt auch so Statistiken, wie viele Tausend Server, die, also ich glaube, es waren 3.000 Server in der Woche, ähm, Problem ist allerdings, dass es über 10.000 Server sind, die noch gebaut werden müssen, das heißt, die sind vielleicht in einem Monat oder zwei Monate beschäftigt noch, äh, um den letzten Kunden wieder ans Netz zu bekommen und das ist halt schon heftig, also, wer da kein Disaster Recovery hat oder so, also, das kannst du echt vergessen, weil wenn du, überleg mal, eine Firma, die einen Monat lang nicht auf ihre Daten zugreifen kann, ja, viel Spaß, also, das kannst du, ich wollte gerade sagen, da kannst du den Laden dicht machen, genau, also, das ist schon echt eine heftige Geschichte, deswegen, wenn ihr da noch, äh, jetzt, Hashtag Werbung, wenn ihr da noch Beratungsbedarf habt bezüglich Cloud und Disaster Recovery, Kurs of You Services, hilft euch weiter, äh, könnt eine E-Mail schreiben, vorausgesetzt, ihr seid, äh, kleine Unternehmen oder Mittelständler, info at kursofyou.services, äh, da können wir euch weiterhelfen und können mit euch praktisch so ein Konzept erarbeiten und wenn ihr einen kleinen Einblick bekommen wollt, wie wir sowas machen, dann könnt ihr euch auch die letzte Folge anhören und anschauen, äh, da erkläre ich so ein bisschen was und gebe so ein paar Einblicke und wie gesagt, die technische Realisierung, die können wir machen, wir machen das bereits mit Kurs of You, unsere Server, ähm, sind über mehrere Rechenzentren aufgeteilt und für uns wäre das jetzt kein Problem, aber wir haben allerdings auch Rechenzentren, die ISO 27001 zertifiziert sind, die haben auch gewisse Ansprüche an den Brandschutz, Löschgasanlagen, zum Beispiel Frühwarnerkennungssysteme, Wärmebildkameras und so weiter und so fort, äh, ja und deswegen kann sowas eigentlich bei unserer Cloud eher weniger passieren, aber sagt niemals nie und deswegen gibt es eben auch für uns ein Desaster Recovery, äh, Konzept und, äh, sowas kann man auch relativ gut umsetzen, wenn man eben aus dem Bereich kommt und sich mit solchen Sachen auskennt. Gut, soviel zum Brand, äh, wir werden das natürlich weiterhin beobachten, äh, Tobi? Ich wollte gerade sagen, zum Brand von USV kann ich anders schnell mal aus dem Nähkästchen erzählen, also für alle Leute, die nicht glauben, dass so eine USV mal bei der Wartung in Brand geraten kann, das hat mein Vater auch schon mal geschaffen. Okay. Aber, äh, das war wohl ein Fehler in der USV und als sie die dann praktisch zum Test angeschalten haben, hat es wohl, äh, einen Kondensator zerlegt und, äh, da ging es schwelenlos. Und, also, die, die haben das Ding noch rausgekriegt und mit dem, halt mit dem, äh, Feuerlöscher noch ausgekriegt, also da, ja, sowas kann durchaus mal passieren. Deswegen auch immer, wenn ihr irgendwo einen Serverraum habt, äh, auch bei kleineren Firmen irgendwie, was weiß ich, die haben ja ganz gerne mal irgendwie so eine Besenkammer, wo dann irgendwo ein Rack steht mit ein paar Servern drin, äh, stellt euch da auch immer einen Feuerlöscher mit hin und bitte keinen Pulverlöscher, weil dann könnt ihr, glaube ich, gleich alles auf die Tonne kippen, weil dann geht nämlich gar nichts mehr. Dann habt ihr den gleichen Effekt, äh, wie bei OVH durch den Rauch habt ihr dann halt durch den Staub von den Pulverlöscher. Ähm, die sind im Moment sehr billig. Das, da hat David, ich meine, der ist ja bei der Freiwilligen Feuerwehr, hat er, äh, letztes Mal auch davor gewarnt, dass die im Moment wirklich sehr billig verkauft werden, ähm, tut das nicht. Der, der beste Feuerlöscher bei IT-Brenden ist eigentlich der CO2-Löscher, ist, glaube ich, relativ teuer und ich glaube auch, die sind von der Lebensdauer nicht so, so pralle, aber ihr solltet halt zumindest irgendwas haben, wie so ein Schaumlöscher oder so, oder ich, Wasserlöscher, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, ähm, kein Feuerwehrmann hier. Na, Wasserlöscher, da kannst du dir dann Spritzkübel holen, aber mit Technik wird es auch, mit Elektronik. Grrr. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, wenn du da mit dem, wenn du da mit dem Wasser an die Racks gehst, Ja, mit dem Schaum auch, aber, äh, wie gesagt, du kannst halt, du musst halt dann... lieber ein Rack wegschmeißen, als dass du das ganze... Rechenzentrum abfackelt, ja, genau. Ja, oder zum Beispiel in dem Fall mit der USV, du schaffst es vielleicht noch den brennenden Server oder USV aus dem Rack rauszuziehen, auf den Boden zu werfen und dann drauf halten. Da muss man halt immer gucken, was in dem Fall passiert. Also mir ist, toi toi toi, hoffentlich passiert es auch nie, noch nie eine USV abgefackelt, aber natürlich, das sind Elektrogeräte und da sind Batterien drin und so weiter, sowas kann brennen. Ist halt so. Muss man sich halt darauf einstellen. Da kann ich auch noch was Interessantes sagen, weil da habe ich letztens von Insider was gesehen. Die haben nämlich jetzt quasi sowas, ein Verfahren erfunden, wo man quasi Batterien jetzt noch sicherer machen können. Das ist wie so eine schwarze Zwischenschicht, wo in die Batterien mit eingearbeitet wird und wenn die dann quasi anfangen, quasi so Wärme zu entwickeln, dann dehnt sich das aus wie so ein Luftballon und verhindert quasi dadurch, dass der Brand weitergeht. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, vor allem, wenn man mal in Richtung Elektromobilität denkt. Das ist schon eine nice Geschichte. Da kann man sicherlich einiges an Schutzen generieren für die Leute. ganz faszinierend, da haben sie dann sogar mit einer Sniper-Rifle dann drauf geschossen und der Batterie ging es noch gut. Also die hatten nicht zum Brennen angefangen, benutzen hättest du sie nicht mehr können, aber... Ja, aber das ist ja das große Problem, wenn du diese Ganten, also die, die nicht Alkali, sondern halt diese seltenen Erbenbatterien hast, die Dinger sind ja wahnsinnig volatil. Ja, du meinst jetzt so Lithium- Genau, das Zeug. Geschichten, ja, Lithium-Akkus, ja, das stimmt, da ist halt auch Druck dahinter. Das siehst du ja auch bei Modellfliegern oder jetzt die Drohnen-Akkus zum Beispiel, wenn dir so ein Ding mal um die Ohren fliegt, da musst du aber ganz schnell abhauen. Also, ich hatte das bei einem Kumpel, der eben Modellflieger hat mal, denen ist mal so ein Lithium-Polymer-Akku um die Ohren geflogen. Alter Schwede, da hat der ganze Garten geraucht, das kann ich euch sagen. Also, das Ding, das hat sich aufgebläht, ist zum Glück nichts weiter passiert, aber auch die Dämpfe und so weiter, also da bitte Abstand nehmen, wenn so ein Ding mal wirklich das Pfeifen anfängt. Das möchte man oder sollte man jetzt nicht unbedingt einatmen, keine Ahnung, kein Physiker und sowas da drin ist, was da ausgast, aber das ist sicherlich nicht gesund, das einzuatmen. Also, das muss nicht unbedingt sein. Algewein, Rauchgas, ganz schwierig, auf jeden Fall vorsichtig sein. Gut, ja, ich komme jetzt von dem Thema zum anderen. ist zum Beispiel das auch mit Nitro PDF, da sind nämlich in einem Hackerforum 77 Millionen Account-Daten aufgetaucht, also, was war da alles drin, da war die E-Mail, die IP-Adressen, der Firmennamen und sogar die Passwörter waren da drin und das hat eine Gruppe quasi offengelegt, die nennt sich Shiny Hunters, aber die haben jetzt quasi diese Passwörter, die sind quasi nicht offen verfügbar, also, wenn man sich den Datensatz anschaut, das ist nicht so, dass man dann quasi direkt auf das Passwort schließen kann, weil die Passwörter selber wieder verschlüsselt waren, aber, ja, auf jeden Fall, 77 Millionen Account-Daten ist schon eine Menge. das ist fast ganz Deutschland, also von den Einwohnerzahlen her, die Frage ist nur, also, kanntet ihr Nitro-PDF vorher? Ich glaube, ich habe schon mal irgendwann gehört, als ich nach einem PDF-Programm gesucht habe. Okay, na gut, okay, ja krass, also da ist wieder ordentlich was geleakt worden, also das ist schon immer heftig, wie oft jetzt in letzter Zeit oder allgemein die letzten Jahre, also seitdem wir den Podcast machen, da fällt es halt irgendwie auf, weil man sich halt, weil man so Themen halt irgendwie mal auflistet und dann merkst du halt irgendwann, hoppla, wir haben ja jetzt schon wieder so viele Data-Breaches und so weiter, also da sollte man halt trotzdem mittlerweile echt regelmäßig prüfen, ob man da irgendwo geleakt wurde und Kennwörter ändern und natürlich bestenfalls überall andere Kennwörter und das dann auch mit dem Passwort-Manager absichern. Da kann ich nur Arme sagen, weil in den gleichen Zuge, weil es gibt auch noch momentan einen wichtigen Sicherheits-Patch für Foxit-Reader, also auch einen PDF-Reader, den ich verwende und als ich jetzt hier quasi für den Tech-Token ein bisschen was recherchiert habe, ist mir das auch aufgefallen, also auch ganz gut. Ja, genau, also da, das ist halt so ein Thema, das wird jetzt in den nächsten Jahren noch interessant werden, es gibt ja auch schon Hersteller, die da drauf reagieren auf solche Geschichten, die dann solche, ja, Identitätsschutz-Geschichten anbieten, die dann für dich praktisch regelmäßig gucken. Ein, ja, finnischer Hersteller, den wir kennen, der bietet sowas an, nennt sich ID-Protection. Diese Software, die ist nicht nur ein Passwort-Manager, sondern die informiert dich halt auch, wenn zum Beispiel irgendwo deine Account-Daten irgendwo im Darknet oder sonst wo auftauchen bei einem Data-Breach, das ist schon interessant und das kommt halt jetzt, es gibt nicht nur von den blauen finnischen Herstellern das, es gibt auch von anderen Herstellern solche Systeme und ich glaube schon, dass das sinnvoll ist, also ich nutze das auch ganz gern und gerade für Anwender, sag ich mal, erst mal für den faulen Admin sowieso, der jetzt nicht so, ich meine, Admins sind immer faul, die wollen immer möglichst viel automatisieren und nicht regelmäßig nachgucken, weil das machst du nicht, ganz ehrlich, wer guckt regelmäßig nach, ob er gehackt wurde oder ob irgendwo was bekannt wurde, deswegen ist es doch bequem, wenn du dann eine E-Mail bekommst und das heißt, hey, guck mal nach und dann auch noch Empfehlungen, was du damit machen sollst und ich glaube schon, dass das in den nächsten Jahren echt ein Security-Trend ist und ein normaler Anwender, der ist sowieso froh, wenn er da an die Hand genommen wird, weil der ist mit der Lage dann sowieso komplett überfordert, hier, was, ich wurde gehackt, ach du Schande. Ach ja, wer sich jetzt aber jetzt unsicher ist und jetzt trotzdem mal interessiert, ob er bei irgendeinem Breach dabei war, es gibt die Seite Have I Been Pwned, können wir ja nachher nochmal in die Shownotes verlinken und da kann man seine E-Mail mal eintipseln und dann kriegt man dann aufgelistet, in welchen Breaches man da dabei war. Genau, das ist halt eine aktuelle Bestandsaufnahme, es gibt auch, also es gibt da verschiedene Quellen, diese ganzen Security-Anbieter, die zapfen natürlich auch eigene Quellen an, die haben ja eigene Honeypods und Security-Researcher und so weiter, Have I Been Pwned ist halt, ja, also die haben halt einen gewissen Stand, das ist halt sozusagen Public Knowledge, den sie da zeigen, das heißt, unter Umständen kann es natürlich sein, dass gewisse Breaches da nicht auftauchen, aber vielleicht von einem Security-Anbieter schon vorher mit reingenommen werden, also das kann auch passieren, aber grundsätzlich mal allgemein gesagt, ist diese Seite wirklich gut, es gibt auch vom Hasso-Plattner-Institut, gibt es sowas auch, die bieten sowas auch an und jetzt kommt's, ich habe gerade gesehen, unsere blauen Freunde aus Finnland, die haben sogar, das verlinke ich natürlich auch in den Shownotes, sowas zum einmaligen Checken, auch kostenlos auf ihrer eigenen Website, da kann man das auch mal prüfen und kann dann gucken eben, das nennt sich Identity-Theft-Checker, ob man irgendwie Opfer von einem Datendiebstahl wurde, da gibt man dort auch seine Mail-Adresse ein und dann wird geprüft und das ist praktisch der manuelle Weg über die Website von denen und wenn man das eben automatisiert haben möchte, dann kann man das auch über die ID-Protection machen, die man halt lizenzieren kann bei jedem guten Partner, von denen kann man das kaufen oder auch bei den Online-Shops, ja, gut, war jetzt keine Werbung, ich habe dafür kein Geld bekommen, aber, ja, gute Software muss manchmal auch genannt werden, ist einfach so. Wir wollen nicht ja Tipps geben, mit was wir arbeiten und was wir gut finden, das muss man schon noch sagen, es ist immer ein schwieriges Thema, Werbung auf YouTube und so weiter und was ist Werbung, wo fängt Werbung an und hört sie auf, aber ich finde halt immer gute Sachen, also Sachen, die man selbst gut findet, die kann man auch mal nennen, ohne dass man irgendwie Geld dafür bekommt. Gut, ja, wo vielleicht, wo vielleicht mal ein bisschen Geld in die Hand genommen werden sollte, ist die IT, ja, von den Gesundheitsämtern in Niedersachsen, die haben nämlich bei der Benachrichtigung von Senioren, wir sind jetzt beim Thema Impfen, haben die jetzt nicht, haben die nicht gesagt, ja, wir benutzen einfach unser Melderegister, sondern sie haben gesagt, ja, komm, lass uns doch mal die Adresskartei der Deutschen Post benutzen, also um herauszufinden, wen sie anschreiben sollen, ja, und wer dann praktisch informiert wird, das hat halt mehrere Probleme, das eine Problem ist erstmal, die Deutsche Post verlangt dafür sehr viel Geld, das weiß ich, weil man kann diese Datenbank nämlich auch als Unternehmen kaufen, um seinen Online-Shop zu vervollständigen, dass wir sagen, hä, wie vervollständigen, wenn ihr zum Beispiel bei einem Shop irgendwas einkauft und dann gibt es ja manchmal die Funktion, dass der Shop automatisch schon Straßen vervollständigt und so weiter und so fort, Adressen vervollständigt, Orte, also Postleitzahlen vervollständigt und diese Dienste, die gibt es einmal auch von Google, die gibt es aber auch von der Deutschen Post, von der DHL, und das ist alles andere als ein Schnapper, weil die verlangen für diese SQL-Datei, weil du kriegst das irgendwie als SQL-Dump irgendwie, Deutsche Post, das ist alles ein bisschen rudimentärer, was IT angeht, ein bisschen karniger, genau, das ist alles so ein bisschen rustikaler und dann zahlst du für dieses Teil ein paar tausend Euro im Jahr, um das nutzen zu können, also sowas holt sich dann halt auch nur der Otto oder der Konrad Elektronik oder irgendwie so große Versender, weil es halt relativ teuer ist, dafür hast du es halt auf deine eigenen, also du musst es natürlich dann auch manuell runterladen, das heißt, du betreibst irgendwo einen Datenbank-Server und da lädst du dieses File runter, spielst es ein und nach einem Jahr kaufst du wieder eine neue Lizenz und lädst dir das wieder runter von der Postseite und spielst es wieder bei dir in deinem Datenbank-Server ein. Ja, und das haben die halt jetzt auch gemacht, hat natürlich auch ein paar Euro gekostet und die haben halt jetzt teilweise, haben die jetzt halt auch solche Sachen getrieben, wie zum Beispiel, die haben anhand der Namen, haben die dann eben die Leute angeschrieben, also wenn jetzt, was weiß ich, die 80-jährige Chantal, die hat jetzt keine Benachrichtigung bekommen, aber die 10-jährige Elisabeth aufgrund ihres Namens, die hat dann eine Impf-Benachrichtigung bekommen, also es ist völlig absurd, was da abläuft und das hat so viele Züge, allein schon die Idee, dass man sagt, ja, man macht das zusammen mit der deutschen Post, also vor allem, die haben doch, und da kommt wieder dieses Thema Datenschutz, wenn Datenschutz halt absurd wird, die haben zwar ein Melderegister, die dürfen das aber aus Datenschutzgründen nicht benutzen, aber diese Postdatenbank, die dürfen sie wiederum benutzen, weil sie die extern eingekauft haben, also völlig, völlig absurd, was da abgeht und das nennt sich Vermietdatenbank der deutschen Post direkt gehen, ja, und das ist halt eben diese Datenbank, die man da kaufen kann, also ich wusste es auch bis vorher gar nicht, dass es sowas gibt, ich habe mich dann da mal informiert, nachdem ich das gelesen habe, weil ich gedacht habe, wie kommt man denn an so eine Datenbank ran, und dann ist auf jeden Fall ein teurer Spaß, also wer jetzt hier irgendwie einen Online-Shop haben möchte, mit deutscher Bank, äh, deutscher Bank, deutsche Postdaten, äh, der muss da tief in die Tasche greifen, ähm, ähm, aber sowas gibt's, das ist interessant, und da gibt's auch, ähm, Altersinformationen, und da ist auch der Haken, das Ding ist ja noch nicht mal vollständig, also, wahrscheinlich hätten die über das Melderegister wesentlich mehr Leute erwischt, als über dieses Ding, das ist wie wenn du sagst, äh, deutsche Telekom, gebt mal, gebt mal eure Kundendatenbank her, wir wollen jetzt mal die ganzen Leute zu Impfen anschreiben, und dann sagt jemand, ja, aber ich bin doch bei Vodafone, ja, egal, also, das ist auf die Idee allein zu kommen, ist schon sehr, ähm, speziell. Naja, ähm, was auch sehr speziell ist, oder was man auch sehr kritisieren kann, ist zum Beispiel, ähm, dass Scammer mittlerweile jetzt auch mit, äh, Bildern von, an Covid-19 verstorbenen Patienten, äh, eben arbeiten, und, äh, die zum Beispiel für Betrug irgendwo in WhatsApp benutzen, oder auch, äh, um Identitätstieb, Diebstahl, äh, herbeizuführen, und, äh, das ist schon echt heftig, aber sowas passiert, und da weisen halt jetzt auch Security, äh, Hersteller und Analysten, Security-Experten drauf hin, dass sowas eben jetzt passiert, ähm, ähm, weil teilweise man halt an diese Informationen relativ leicht rankommt, in sozialen Netzwerken und so weiter, ähm, und, ähm, da gibt's einen, einen Fall jetzt, ähm, zum Beispiel, aus den USA, den, den verlinke ich euch mal, wenn's interessiert, der kann sich das Ganze eben durchlesen, so, gut, was ihr euch noch anschauen könnt, das ist jetzt noch ein, ein kleiner, ja, YouTube-Tipp sozusagen, ist ein Interview mit Microsoft-Gründer Bill Gates, der war nämlich, äh, ich mach's wirklich ungern, aber das find ich ganz interessant, äh, da muss ich jetzt wirklich mal die Öffentlich-Rechtlichen bewerben, ähm, der war nämlich beim Maischberger gewesen, das ist so eine Talkshow, irgendwie, ZDF, ARD, irgendwie sowas, ähm, öffentlich-rechtlich, und da war Bill Gates zu Gast, virtuell, also die haben den da zugeschaltet, der war da in seinem, in seinem Arbeitszimmer, in seiner Villa gesessen, und hat dann da geskypt, oder geteamst, keine Ahnung, also ich glaub nicht, dass er über FaceTime angerufen hat, das war sicherlich dann irgendwas von Microsoft, ähm, und da geht's aber jetzt nicht nur um IT, sondern da geht's halt auch eben um das Thema Impfstoffe, Verschwörungstheorien, äh, oder auch das Thema Klimawandel, da ist er ja auch sehr aktiv, was es angeht, seine Entwicklungshilfe mit seiner Frau, also, äh, es gibt ja diese Bill- und Melinda-Gates-Stiftung, wo ja auch von, ja, oftmals sehr viel nachgesagt wird, und so weiter, und für mich war es auch mal interessant, wo ich gesagt hab, Mensch, wie reagiert eigentlich der reichste Mensch der Erde, oder war er vielleicht mal, also einer der reichsten Menschen der Erde, sagen wir es mal so, äh, wie reagiert der auf solche Anschuldigungen, ähm, weil letztendlich im Prinzip, auch wenn dann wieder das Thema Chippen und was weiß ich, was dem alles nachgesagt wird, da kommt, ähm, im Prinzip ist es jemand, der könnte sich ganz entspannt zurücklehnen, der könnte sagen, hey Leute, ich hab genug verdient hier, ich leg mich jetzt hier an den Pool, und bis ich dann irgendwann mal abkratze, aber nee, das macht er nicht, er steckt jede Menge Geld, und das muss man wirklich neidlos anerkennen, in die Entwicklungshilfe, äh, er unterstützt, äh, Länder in der Bekämpfung von Krankheiten, und so weiter und so fort, und ich finde das ganz interessant, so jemanden mal, äh, reden zu hören, und was halt auch ganz interessant ist, ist halt so, äh, der Typ A-Führer, ein Ultranerd, ne, also das war jemand, der war in seiner eigenen IT-Welt, und wenn du den jetzt so hörst, denkst du, wie so ein netter Opa irgendwie, weißt du, der da irgendwie, so, so Gedanken über die ganze Welt sich macht, und so, also der ist weit von diesen nerdigen, äh, Bill Gates weg, sondern jetzt eher zu jemandem, der sich auch, muss man sagen, natürlich auch politisch, äh, engagiert, äh, klar, wenn ich, wenn ich, äh, NGOs betreibe, und so weiter, und Entwicklungshilfe, und was weiß ich alles, und auch Geldgeber für viele Hilfsprojekte bin, natürlich, habe ich da auch was mit der Politik zu schaffen, das darf man natürlich nicht ausklammern, aber, ähm, das, was ihnen da alles immer nachgesagt wird, ich, also, muss ich ehrlich sagen, da tut man ihnen zu Unrecht, äh, weil, was soll dieser Mensch davon haben, hier irgendwie, äh, noch mehr Geld zu verdienen, oder so, das ist dem scheißegal, der hat so viel Kohle, ist völlig wurscht, der, der braucht sich keine Gedanken zu machen, dass er mal eine Mille mehr auf dem Konto hat, oder so, durch irgendwelche Impfstoffe, ist dem völlig wurscht, hat mit ihm persönlich null zu tun, aber gut, anyway, Videotipp, schaut euch das an, ansonsten, ähm, sind wir, glaube ich, soweit durch, außer ihr habt noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt, also, ne, nicht wirklich, dann ist gut, dann, dann ist unser Auftrag heute hiermit erfüllt, äh, schaut nochmal auf die Umfrage der Woche, falls ihr noch uns, euer Feedback zum Thema Messenger dalassen wollt, äh, das wäre ganz cool, dann haben wir bei der nächsten Folge, was zum, äh, auswerten, ähm, wie, wie das bei unserer Zuhörerschaft aussieht, also umfragederwoche.kurso4u.com ist natürlich auf, äh, unserer Seite in Shownotes überall verlinkt, da könnt ihr abstimmen, und dann würde ich sagen, hören wir uns bald wieder in einer neuen Folge, in alter Frische, jo, bis dahin, bleibt gesund und, Servus. Und auch von dir Servus. Super. Super. Super.